hallo bin ich wieder da aber ich bin wieder da wahrscheinlich über sagen der warteschleife sitzen aber hey ach dann gucken wir uns in der zwischenzeit noch mal noch mal ein paar tiere an also die sind auch sehr süß eigentlich haus wo sie aufhalten können wenn sie wollen aber sonst frei rumlaufen weil die von so farmen kommen der ist der süße Hunde diese Hunde süße Hunde oder weiß lucky schöne Tiere da kann leider nicht das ist halt immer also ein bisschen das Problem ne man muss eigentlich direkt ein paar finden die schon zusammen naja wir werden und ein 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 match finden für und für oder spielen irgendein sehr klein ach jetzt muss man auch mal warten aaaaaaah essen dazwischen oh ist lecker ich habe immer mein bruder muss man eben das haus meiner familie in usa angucken neues haus gekauft immer gespannt das ist Untertitelung. BR 2018 welche straße hier interessant interessant position 2 von 2 bald sind wir da ich krieg schon wieder hunger ich hab von erst gegessen während wir jetzt noch warten machen ganz kurz was hier 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 ab hier 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 ein Untertitelung des ZDF, 2020 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 ok perfekt endlich wir können loslegen wir müssen auch die kategorie ändern wir sind schon aus ja locker rauf locker kommen der raucht schon gibt mir alles was du hast jetzt ap ap die frage wie kann ich nun doch leider nach die kommen gut die kommen gut der hat nicht penetriert weiter drauf schön schön jetzt sehr schön der mit dem tank wie ich mich fühle wie ein schaf ich habe doch das ich fühlst du dich erzähle mir panzer ist da und wird gerade durchgegeben gute arbeit auch zu kurz und rein geschlagen müde und fertig erzähl mir doch wieder eine woche war weißy beef essen nämlich und pfefferkörner die macht und pfefferkörner die die so wir sind wieder ganz ich konnte ich konnte ich gar nicht begrüßen gerade in der panik ja ich komme gleich rein nein mein name ist falsch wir müssen noch mal neuen spiele müssen noch mal neuen spiel rein weil ich meinen namen vergessen ich kein bock habe das endlich fahren wir endlich haben wir es geschafft und sowas ja wir werden es wieder schaffen was ist das weiß ich aha auch volle wird es langsam so gut wie du bei mir im chat zum 13 von 13 nö gibt es einen anderen wie das gott server auch 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 Er hat aber nur 2 Leute, das spielt wieder super. Mann ey, so eul. Bei, sakse스타 l und, das spielt wieder. Jahren wandert die Protein durch kleine Eid-Generäte. Die wir in der mein bruder bekommt noch eine tochter, ich habe bald zwei kinder, ich habe keines ein bild davon Hi honey, I'm eating your spicy beef on stream and it's spicy Live video, live video I'm going to play this game I'm going to play this game wisst ihr was gleich spielen wir in der zwischenzeit andere spiel werden wir versuchen das hier rein zu kommen und zwar spielen wir pro forts jetzt kein abgletsch von vorgeist und nicht war ein anderes spiel was wenn du dir das wünschen könntest was würdest du dir wünschen was hättest du jetzt bock du bist du eigentlich heute aus dem zug dem ein stream als gerade gewackelt das war ich mit meinem bein artefakte echt und da unten also wo zeit für eine neue cam würde ich sagen bin by the way im lurk danke dir warum vielleicht können wir die kamera irgendwie reparieren warte mal weil du sagst mir eigentlich sollte ich mir eine neue kamera holen aber ja ja mhm so artefakte sollten weg sein jedenfalls ein bisschen weniger aber green screen ja dunkel bei mir bei mir beste ist es und das und das und das und das und das das und das und das das und das das schlafen oh sie hat moduliert die melodie hat moduliert was wieso jetzt ja schön wieder ganz immer noch natürlich auch insurgency weniger koppelschmerzen vor dem kopf das ist weniger kopfschmerzen habe heute acht stunden von dieser woche als überstunden gebucht und wollte heute frei haben zack life gang bei kunde ist explodiert und ich habe heute acht stunden gearbeitet natürlich bitter was ist life gang weil das ist deine arbeit brauchst du mir eigentlich nicht erklären also einfach kacke das acht stunden dabei war heute der erste des monats oder sollte es noch ein bisschen alles gott so heute auch mal es ist doch der tag vorbei es geht doch ins wochenende dann wird es doch jetzt besser wenn du kaffee trinkt macht den kaffee mit milch und zucker macht machst du mit lecker milch und zucker jetzt sich hin legt die beine hoch das mache ich manchmal in den verhandlungen wenn man tisch es will ganz kocke hin wenn ich am verhandeln bin so meine auf die tischkante dreht dann mit den leuten das hat entspannter mich direkt in der entspannten körperhaltung sagt ihr willst ich habe ein argument oder ein ansatz und das wäre schön ich habe ja auch drei kranke kinder die wollen auch noch auf hat ja saalisch da hat dir wo sie ran acht erzieht die die spät sich so lange in die stille ecke und bis aufmerksamkeit und nicht mehr krank sind die stellt das kind in der stelle ecke was nicht die jugendrichte ist die ecke halt eine zelle mein gott ich dachte es wäre die 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 super nanny ist das nicht katja saalisch ecke zelle folterkeller alles dasselbe alles dasselbe hauptsache das kind geht aus dem kind heraus die hülle die leere hülle das ist ein ziel ich bin platz 7 von 11 freu mir hier startet immer noch nicht ganz ehrlich mach doch was launching cancel cancel up staten is urgency sandstorm ich weiß nicht ob du es mitbekommen hast volle wir sind gerade dabei sind gerade dabei ja wenn alles klappt müssen wir unseren garten design und werden uns noch zwei haustiere anschaffen vielleicht auch drei und da will ich euch so ein bisschen mitnehmen auf die preise wollte ich mal wissen wie wollt ihr den content am liebsten haben da soll ich mir dafür tik tok machen i don't know die preise sch cine nicht denn technisch generell was man so alles machen muss um so ein haus zu bekommen da passiert ob alles gut geht und was nicht gut geht bock dass du mal so ein bisschen zu teilen ganze erfahrung ich gibt es andere leute die auch so was machen möchte in den niederlanden wenn ich den oh ja ah Wir sind auf und sooo far... Bin so ready. Bin so ready. Die Augen! Guck in meine Seele. Sag mir was du wirklich willst. Ja, schöner, schöner. Ich war immer beim Zahnarzt. Und jetzt kann ich das Bier trinken, ohne den zu stoßen. Der Greenscreen läuft ja heute will. Läuft ja absolut mega. Da geht's. 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 Besser? Ein bisschen. Sieg aus. Jetzt endlich. Nach drei Versuchen. Den richtigen Namen. Und hoffentlich ohne Anti-Cheat-Error. Dürfen wir endlich. Dürfen wir endlich. Dürfen wir irgendwann. Dürfen wir noch. Ja. Dürfen wir noch. Dürfen wir noch etwas. Und der Green Screen Okay, nice also wir fahren nach gestern schaufeln da eine hub auf schaufeln da eine toe auf und gucken ob die flaggen sich dahin entwickeln oder ob sie dahin gehen wo das raute ist vielleicht gleich nur über ein artikel oder das hört sich nach arbeit anfühlen ob ich noch besser hinkriege immer noch so am frissel auch noch mal so spielen würde ich schon dritten oktober oder so nicht wenn ich die niederlage der usa im kuwait ja richtig sozusagen ich bin eigentlich zu groß im bild oder geht das oder geht das deine kleinen waren doch schon letzte woche krank oder nicht hat sie so stark erwischt den nacken von dem und kamera ein bisschen eingestellt und schon sehe ich besser aus das die fahrzeichen auf Hauptstraße. Range Meter kommt mal so. Radisch. Nein, da muss auf jeden Fall bleiben, zum Schaufeln. Ist es zu laut, oder geht es noch? Ich würde jetzt mal sagen, wir gehen nicht viel weiter nach. Genau deswegen. Ich würde jetzt mal gucken. eigentlich freundlich als er wird schon wieder ganz schön natürlich können wir hier oben was bauen können endet ist wieder ist das wenn ich macht nicht gibt es eigentlich einen grund warum ihm er auf zehn sein soll ich sag mal weiß ich hab es halt immer auf c weil steam das ja das das grundprogramm ist aber meine ganzen spiele bis auf 23 verlier ich immer alle auf d nur weil bei c das schneller lädt weil ich nicht jetzt zum beispiel mountain blade und tarkov drauf aber sonst habe ich alle eigentlich so als keine mission in dem sinne haben versuch mal ich lauf mal dahin zum move marker ja kommen wir mit sind die ist immer noch ein bisschen hängt ein bisschen davon ab von der platte ab ja manche spieler mal den vorteil davon wenn ihr auf der ssd sind eigentlich fast alle die die schlecht optimiert sind halt noch mehr in der kuhlaufen Bock auf Eiscreme. Von mir hat Rezept für Pumpkins, Weiß Latte. Ich hab gleich nur mehr Fragen. Okay Mango, her damit. Wenn es richtig hart wird, schreiben wir bei mir den Titel bitte Tech Support. Stehen eine Heli in der Luft. Kennt ihr nicht. 42. 41. Ach 42. Die Antwort auf alle Fragen. Ich verstehe. Den Teil davor vergessen wir. Yuhuuu. La 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 la. Yuhuuu. Mit diesem Heli da oben gerade sehr irritierend muss ich. Du Fischtaub. Jetzt hat die Wissen noch. Ja doch, die wissen, dass wir kommen. Das Fahrzeug hat auch geschossen. Elf hat auch vorhin geschossen. Wir versuchen jetzt hier ein Rallye zu platzieren und dann versuchen wir hier hinzukommen. Ich stehe mich dann mal mit Zahn auf für Deckungsfeuer. Ich stehe mich dann mal mit Zahn. Die sind direkt nördlich. Nördlich am Zaun. Shit. Die sind weggelaufen und gestorben. Ich muss kurz das Spiel neu starten. Ich hab schon den Impact, dass ich nichts kaufen kann. Kurz das Spiel neu starten, sagt er. Selbst das kann ich grad nicht machen. Danke. Ich versuch mal ein bisschen Decken zu setzen. Hast du ihn Mocker? Ja, der ist weg. Ich lade durch und decke dann nach Norden. Das ist eigentlich auch total. Ich glaub wir haben getradet. Ich hab ihn mit dem glaub ich getradet. Oh man. Ich hab heut Bock auf lange runden Squat. Ich muss nur gucken, dass ich gut versorgt bin mit Essen und Trinken. Danke. Oh Gott. Ja mhm. Gehen wir mal hier rein. Pizza Lieferant. Zum Beispiel. Aber auch, ich hab ganz viele Kekse. Tee machen. Paffee machen. Jetzt mal einfach gut gehen lassen. Einfach mal gut gehen lassen. Einfach mal gut gehen lassen. Hm. Vielleicht mach ich nachher noch was mit Mango. Vielleicht quatschen Mango und ich nachher auch einfach nur. Hätt ich auch mal Lust drauf. Ganz frei. Gucken was geht. Malik. Ist halt irgendwie kein Malik zu kommen. Ist jetzt natürlich bitter. Versuch mal bitte den Move Marker zu smoken. Mein Knie. Medic. Dass wir an die Stelle haben wo wir rüber klettern können. Ja. Ich hab leider keine Smokes mehr. Ja. So musste ich aus der Armee raus. Und so musste ich aus der Armee raus. Ich hab noch Smokes warte mal. Ja. Ja. Ich hab den Move Marker spoken. Sobald wir da rüber können. Sobald wir da rüber können. Giron im Mord. Oh. Hey. Kommst raus. Ich mach sie alle weg. Oh der macht mich ab. Kommt ein Fahrzeug. Kommt ein Fahrzeug. Kommt ein mal weg. Gib mal rein. Halt nicht unseres zu sein. V-5 ausgeließe. Absolut. Hier ist eine Kuh, die grast. Garner ist rausgeschossen aus dem Fahrzeug. Steht ungefähr nördlich von unserem Sport hier. Der ist so ein Dreckskupen-Transporter. Nichts gefährdet, den Schütten ist. Ach, den haben wir. Lock. Hier auf meiner Seite ist er schon in der Cap-Zone. Das wäre ganz gut, wenn wir in der Cap-Zone kämpfen. Die haben unsere Flagge schon. In die Kuh, la 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 la. Die haben unsere Flagge schon. Ja gut, wer tot ist, muss in die Defense. In die Defense, wenn ihr tot seid. Direkt aufgeben, hinten rein spawnen. Der Junge da. Also spielt bitte aggressiv, dass ihr den tot... Fuck. Bitte. Dann in die Main Base. Ich habe aggressiv gespielt. Nein, doch nicht in die Main Base, das ist nur ein kleines Fahrzeug. Mist. Einen brauche ich in der Main. Ich kann spawnen. Jetzt. 14 Sekunden bin ich da. Eindeutig zu aggressiv, ja. Ich habe in der Latsche stehen, sonst kann ich euch abholen. Oh. Nee, nee. Brauchen wir nicht. Okay. Geh du mal lieber wieder an die Toe, da wurde meldet am Rufmarker. Alles klar. Amore Piercing. Ich versuche euch jetzt ein Rallye zu bringen für die hintere Flagge. Und so lange haltet ihr mal eben... Also meine Spieler haben so einen kleinen Ruckler, egal welche. Sieht so aus wie ein doppelneutraler Deck. Start. Dann mit zurück. Easy. Mikro Ruckler. Mikro Ruckler. Da sind beide MBTs auf dem Movemarker. Hast du mal im Taskmanager immer aufgemacht und mal geguckt, was die Schreibleistung von deinen Dingen macht? Festplatten. Du musst jetzt einmal raus für den Rallye und dann kannst du gleich wieder einsteigen. Okay. Alles klar, kannst wieder rein. So, benutzt bitte den Rallye. Und wie gesagt, lauft in die Capzone und versteckt euch dort einfach. Rallye in 45. Sind so Rallye oder schon im Blink dort? Und der Rest mischt vorne weiter mit. Und der Rest mischt vorne weiter mit. Wie gesagt, verstecken und das war's. Einfach warten. Einfach warten ist nicht in meinem Watchhot. Ganz ehrlich sagen. Schau mal nach Treibern. Ja, aber Treiber machen das eigentlich nicht. Kann halt sein, dass die Lesegeschwindigkeit nicht schnell genug ist für Finder. Versucht sie mal, wenn die auf der HDD sind, versucht sie mal auf die SSD zu packen. Schau mal, ob es da ein Unterschied ist. Ist. Auch ein Squad hier, auf das ich mal schieße. Bekämpft die. Die dürfen nicht rankommen. Bewegt sich weiter, Non. Ach, klar. Ist trainiert auf das Ziel? Ich hab' ich auch mal ne Zeit da, so beim Einzel-Spiel. Na ja, die haben dann ne Fop gebaut. Ich bin... Okay, next, wenn du das siehst. Mach' einen Marker drauf, ich mach' den Rest. Äh, ich hab' die Fahrt hier. Schau mal. Äh, Norden an den Pipelines ist das... Dort direkt vor dir am Haus, wo ich bin. 20 Meter Südwesten, ab einem. Rallye wurde überrannt. Ja. Hinter euch im Nordosten kommt einer. Ich habe die Fahrträule. arght. 言ün ist das so gut. Und jetzt POL, die Brート der Södernege für die Erste. Die Brache, sage ich euch sehr gut. Ersseh вы духовdور. Mann, Mann, Mann. Mann, 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 Mann. Mannか Mann, Mann! So, hier hinten in der DEFT können wir jetzt den Feind suchen gehen. Danke. Habe einen gefunden. Er hat mich gerade beschützt damit. Hier ist noch einer. Gladi, der ist am Movemarker. Er kann schon mal bei der nächsten Flagge mal kurz den Movemarker drauf machen. Scheit. Da hören die mich nicht. Die hören mich nicht oder die antworten mir nicht. Jetzt müsst ihr alle die tot sind hinten in der DEFT spawnen. Wir müssen uns jetzt sichern hier. Wichtig ist, dass wir in der Easter Kitty jetzt in der Capzone kämpfen. Wir gehen mal hier hinten lang. Gucken wir mal was passiert. Der Bloody spawnen wahrscheinlich gleich ein Up und ich brauch dich um mit mir südlich auszulaufen. Ja, südlich ist entweder ein Fahrzeug oder ein MG. Konnte ich wieder nicht unterscheiden. Und dann kommt man gerade ganz gut rum. Im Norden kommt man gerade ganz gut rum. Okay, dann geht der Rest Norden. Südlich, wie gesagt kommt der Bloody mit. Ja, check. Ja, check. Ach. Boah, was Besseres zum Schießen. Eine Frage bin ich. Okay. Was ist hier? Ja. Aufdreckt in 5 Trikons. Wo? Gegenüber liegen. Das war der Nate. Los. Ne. Warte, schuldig. War medik. Perfekt. Ich sehe ihn einfach nicht. Ich sehe auch keine King. Ich weiß auch nicht was los ist. Ich sehe ihn. 255 auf dem Haus hinter der Palme. Marker sind noch ein paar Gegner. 100 x 100 Meter. Ich stehe vor hinten durch. Wir haben einen Blöck. Okay. Verliebe ich später. Verbesser mal deine Kinder. Warte ich. Ich hole dich. Ich hole dich. Ich hole dich. Naja. Hier oben drüber schwirrt. Ich habe die Drohne. Ich bin vom Freund glaube ich. Ich habe die Drohne eigentlich auch abschießen. Ja. Aber ich glaube nicht als normaler Soldat. ich bin jetzt nicht mit. Ein bisschen mit dem Angriff. Du kannst also mit meinem Angriff ab rankingsieren. Nein, es geht nicht. Wer jetzt tot ist, spawnt bitte im Angriff am Hofmarker. Oben waren gerade welch, einfach mal so ein bisschen, genau, auf jeden Fall der Fälle. Hallo, hallo. Moin. Moin. Einmal eine Techspawn bitte. Hier steht der Panzer irgendwo am R-W. Oh boy. Artillerie kommt rein, bei der FOP. Und das Fahrzeug fährt mitten durch. Oh scheiße, die rollt. Oh scheiße. Oh scheiße. Hopefully the best. Oh. Oh nein, das Fahrzeug ist da. Gibt es nicht in dem Moment. Wir haben in Sowjet Base drinnen. Slowman, irgendwie ein Fahrzeug, falls du da Sicht bekommst. Ich guck da schon hin, aber der ist sonst. Okay, im Moment legt er sich hin ey. Ich brech ab. Schauber, du bist. Shit. Okay, wir gehen wieder in den Angriff. Rally in 20. Brauche ich noch einen Keks dafür. Wir müssen hinten wieder unterstützen, wer down ist. In East Al-Qadir, Hauptsache in der Cap Zone sein. Du hast genug Muni hinten, Slowman. Falls du auch mal nen Heli beschießt. Du bist dir nicht sicher. Das versuch's einfach. Alles klar. Okay, kannst du decken. Dann hol ich Squad Lead. Squad Lead, be ready. Oh, haben wir getroffen. Hey. Okay, geht. Also wenn du, geht bitte wieder hinten mit. Machen in East Al-Qadir. Hat jetzt nicht so gut funktioniert. In der ersten Ruhle direkt auf 15. Okay. Danke. Dann hat sich schon wieder geändert. Vorne weitermachen am Rally. Hast du den? Äh, ne. Ich hole dich. Ich hole dich hin. Ich hole dich hin. Das war gleich. Oh. Oh. Oh, 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 oh. No. im Moment scheinen wir hier viel besser rein zu kommen die rausflaschen Heli dahinten ist immer noch wunderschön wie am Anfang bitte jemand mit mir so dass ich einen machen kann Ah Ich mal gucken hier vorne Ja, da sind aber auch viele kleine Schlitze und so, wo die da halt eben durchlöcken Tüch, Tüch Tüch Hallo, Mr. Medic Hallo, hallo Ich hoffe sehr viel, dass du gut bist Dann sehe ich hier keine Feinde, auch wenn die irgendwo... Ah Wo ist er hin? Gut Bin ich ja Oh Oh, get downed Oh man ey, Digga, was war das denn? Was für ne Glanzleist Jetzt hat er mich... Egal Egal Ah, shit Der war gut ey Der war gut ey Der war gut Unter der Brücke, ok. Infanterist, versuch ihn zu finden, ich glaube der ist platt, der ist tot, der müsste weg sein. Salut, zum gefallenen Helikopter. Oh shit, ich habe das MG gefunden. Ein Sniper, glaube ich. Denk dran aus. Jetzt werden redet mit dem blauen, die an euch vorbeilaufen. Hm. Hm. Oh. Da war ja noch einer. War ja hier. Musste ich jetzt mal loswerden. Das ist der Abend. Energie, die man noch hat. Brauchst du am Fliegen? Du. Richtig, der Pilot, der Junge. Ja, der kommt. Ich habe schon halbe Stunde. Wir müssen eigentlich einfach weiter. Da sind sie. Da hinten. Okay, wir haben es wieder. Oh, danke. Wir pushen die jetzt. Komm. Raus mit dem Schmack. Den Tee woanders trinken. Ja, rein, herunter. Wir sind richtig alt. Komm, Vollgas. Wir sind gleich schon kommen. Jetzt hockt der gleich irgendwo an in der hintersten Ecke. Und so. Surprise. Die denkst du dann nur so, oh shit. Hier oben drauf. Ich brauche von welcher. Danke. Wir müssen als Britte hier reinlegen und alle umhauen, die hier vorbeischießen. Ja. Hört man doch noch einen. Hallo. Die Schabe gefunden. Oh Gott, aua. Hast du noch genügend Bandagen? Okay. Danke dir. Okay, der ist auch weg. Okay, nehm. Hey. Ich glaube, ich habe es nicht leer gemacht. Ich war komplett leer mit den Bandagen. Ah, ein selbst. Danke. Für die Medics alles. Können halt nur welche sein, hier vorne. Artillerie. Nochmal. Boom. Oh ja. Ja. Wir brauchen es. Oh ja, hier ist super. Hier ist gut. Oh shit, es sieht einfach, es sieht so gut aus. Sieht so gut aus. Oh shit. Und, ne, ist das falsche? Ich bin der umgehenderjenige, der es jetzt sagt, ne. Aber ich könnte doch tatsächlich ein Medikor. Ich bin der umgehender, der es ist. Oh ja. Ich bin der umgehender. und gehen wir mal rüber und pushen noch mehr ich habe holz des vertrag Prozent das ist auf jeden Fall irgendwas was in den LPC nicht so gut und vielleicht um es mal vorsichtig auszudrücken und auch nenne gebrauchen wenn ihr im Norden über den Fluss geht da geht es gerade noch relativ an ich hier irgendwo auf das gibt ja die laufen nicht fürs Südlicht unter der Kneppe rum die laufen südlicht an und eben oh boy oh boy so knapp so knapp ach du steh ui 9,17 was hauptberuflich LMG ach man knapp knapp es wird immer kälter frage brauche ich glaube schon ich habe solch was zu essen gestehen ich kann mich vielleicht so Cassidylias die man so gut nebenbei mal eben mampfen kann ahja advance and secure push out and secure all objective areas ja Jürgen und Robin check das klang für mich so als wäre das ein Name deswegen habe ich nicht geantwortet ja alles gut bernd und essential ja und Pablo und Mucke ja hallo sehr schön wie gesagt noch beide medics besetzen essential oder Pablo wo genau sind die medics ich finde ich gerade nicht alles gut ist schon besetzt du rennst einfach immer nur Klon hinterher essential aber nimm dir noch ein anderes Kit weil du hast keinen Scope ja nepp ist schön oder haben aber nicht mehr alle Kanadier ne Scopes das haben sie rausgepatcht ja aber er ist äh rifleman da kannst du dir auch Scope schnappen gucken wir doch mal was das Toys besorgt gerade sagst was warum bewegt sich das scheiß Fahrzeug nicht mehr ich bin sauer ich bin enttäuscht und mein Tag ist ruiniert mein Disappointment is immeasurable and my day is ruined eine Ahnung ich bin letzte Runde ich bin letzte Runde einfach nur Logistik Truck gefahren ich darf Kanadier Sniper spielen ich bin glücklich da musst du aber auch was treffen weh du machst nicht 30 kills das Treffen ist nur das Problem das Getreffen werden ist das Problem ja kann man nachvollziehen hat er nicht uns unrein so Treffen tut man mit dem Ding ja auch wirklich gut und der Sound ist auch super aber oh ich hab hast du die Hand mankiert? die Aphobie oder meine andere Frage will jemand anders fahren der es besser kann als ich LKW Führerschein habe ich noch nicht LKW Führerschein habe ich noch nicht gut also ich mein ich kann schon fahren wenn sonst keiner Druck hat aber ich weiß nicht ob ich das besser kann ich kann dich auch guiden oder ich fahre ich bin nicht ich bin nicht also ich bin nicht aber ich bin nicht der sie aber ich bin nicht einfach als Kanadier alles klar warum auch nicht du hast schon dass wir eigentlich das friedliebende Volk sind und nicht dass ey wir boxen allen in die Fresse Junge ich glaube 70 Prozent der afghanischen Bevölkerung würden wir gern widersprechen boah das wäre jetzt gelogen wenn mich das nicht geil gemacht hätte auch so eine Bar mit Bacon und Chicken Pizza fett Nadier ist nur das Gefriedlieben weil sie in diesem Frust und Hass und sich reinfressen das funktioniert ja wenn Krieg ist lassen sie alles raus hier rechts ein Hutschrauber und hier links und direkt hinter rechts und dann einfach hier den Berg hoch herrlich schöne Aussicht hier ist eine Flussrolle Genieße sie sie ist das letzte was du in deinem Leben sehen wirst da freue ich mich ja Junge scheiße das ist kein Schaltwagen du bist ein Scheiß ihr seid zu schwer ja also du auf der einen App ist die Pizza 3 Euro teurer als auf der anderen du trinkst ein richtig langes Ohr aus ich habe ich habe du trinkst auch gewehr mit dir rum das fehlt nicht ich habe German ich habe ein richtig langes Ohr zwischen den beiden so an hollische ich muss schon sagen sie ist ein echt langes Ohr das Vale ist deswegen noch ich will es schon au weißt du du musst es ja sagen es lohnt sich dafür zu sterben du musst das das war es dann mit unserem ausflug bitte noch nirgendwo rein sparen wir warten erst mal wo die flaggen hingehen wo ich jetzt eine pizza oder nicht ja jetzt immer mit der ruhe dann sparen wir einfach bei der anderen ich fand den ausflug schön hat ihn auch super bevor wir nicht falsch geendet war kein happy end kurz und schmerzlos wir sporen doch nicht rein bei 6 und 2 die flagge kann immer noch im süden gehen wartet noch bis old war camp gecaptured ist und dann sparen wir rein ja also also können wir quasi noch einsparen das gleiche nochmal machen und dann wissen wir wo die flagge ist ja oder kurz warten eine rauchen was trinken was weiß ich wasser ja hab ich gehört ist sehr gut da kann einer heli fliegen äh nee ich kann das probieren verstehst du wegen kanada lass mal wir haben genug wir haben genug wir haben genug fobs hier wir müssen nur warten wo die kanada ah nein dieser witz ah es braucht jetzt eine minute und dann wissen wir wo wir rein müssen wird ich glaube ich ich oder mir jetzt ein juicy pizza und ihr könnt nichts dagegen machen 5 grad toll dass ich einfach um 8 uhr nachts einfach eine wetter-nachricht bekomme da brauche ich es unbedingt ja nur weil es 8 uhr nachts ist es denn kein wetter draußen ja schon aber da interessiert mich nicht mehr ja also also kriegst du auch eine wetter-nachricht ja okay mal nachts ist es ja auch heller als draußen dann müssen wir erst mal drüber nachdenken wir haben eine pizza bestellt gut hälfte vom cap ist durch ich habe die zeit gerade genug zum essen zu und wasser zu trinken ich habe noch was zum trinken das ist geil so rein spawnen hier und auf riverform laufen abfahrt ich setze noch einen rally auf halben Weg let's go let's go 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 ja wo genau Osten da wo alle sind da wo alle sind Kanadier sind Herrentiere da wo sich jetzt so ein hellgrüner Streifen durch die Berge zieht das sind wir und zum aufhören zu schubsen bitte ich hab froh da ich schieße ich hab froh da ich schieße das küsst du eh nicht willst du es riskieren? willst du es riskieren? Dinger AHHHHH mein Bein dann kriegst du gleich von hinten Schuss in den Kopf und glaub mir ich treffe wenn ich will ich treffe auch also ich brauche nicht treffen und treffe dich trotzdem alle gehen auf den movement marker außer ein medic der kommt mit mir äh alle gehen auf die Flagge außer ein medic der kommt zum movement marker so jetzt haben wir es nicht verwirrt Sprachenlernen babbel naja Jungen Satzbau ist schon ne Sache für sich die deutsche Grammatik fick dich immer egal wer du bist ob du gebürtiger Deutscher bist oder nicht fick dich komplett Deutsch ist die Sprache der Denker und Dichter Deutsch ist die beschissenste Sprache der Welt was das Lernen angeht Jungen ich bin aber eher dichter als Denker ich bin eher dicht ich bin jetzt Freund also nicht mit den Reiben naja du musst es so sehen Deutsch ist zwar schwer zu lernen aber dafür können wir es ja schon ja weil wir damit aufgewachsen sind ich würde nicht sagen dass ich Deutsch kann oh ja ich wollte gerade sagen das ist eine Frage ich manchmal auch das stimmt auch nicht ganz sicher ob die es können oder ob die es nicht können ist so fake it until you make it kind of deal bei mich verteilt euch vor allem nördlich in den Bergen Ohja hier ist Heidi besuchen Gehen wir mit Heidi Ich hab uns zu dir Na Anti-Tank You wanna have it? Helga Darf ich das Fahrzeug ja? Ja klar Jawohl Der wird schon schön geknetet Die Truppe ist gut Nein Bei den Dreiermarkern ungefähr so ein bisschen verteilend Natürlich erstmal cappen Einer Ja ja Natürlich muss einer im Cap bleiben Das ist ja selbst erklärt Nein Flaggen werden in diesem Spiel vollkommen überbewertet Ich muss sagen ich glaube auf der Karte Ja wirklich? Eben Der Modus mit diesen mit diesen 5 Ecken oder so Da kann ich mich einfach absetzen und meinen Job machen Ist Teamwork nicht der essentiellste Bestandteil dieses Spiels? Nein Da hast du irgendwas falsch verstanden Du musst immer Regel Nummer 1 Immer Sniperrolle nehmen Regel Nummer 2 Immer weg von deinem Team laufen Und Regel Nummer 3 Im Godchat Musikbot anhaben Das ist wichtig Ja 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 Musikbot anhaben Aber nie was richtiges sagen So nie was Eindringen Das ist essentiell für dieses Der gewinst du eigentlich jede Runde Wer macht den Musikbot an? Ich hab keinen Sorry Jungs Ich würd aber ganz gerne Schlechter Sniper Schlechter Und Robin Ihr könnt mal weiterlaufen Der Rest bleibt bei der DEV Wie gesagt hier Schön Verteilen Dass wir gleich bis zu Über die Feinde kommen Ich würd's einmal mit uns aus 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 Den Was kriegt denn denn da? Der scoutet glaub ich nur Ich glaub der Crew ist Ein bisschen rum Wie gesagt Ich weiß egal ob du scoutet oder nicht Ich will keine Russen Helis haben Nur ich bin der Einziger der die Luft verpesten Verpesten Allt ihr haben Ammo für mich? Junge du hast jetzt nicht auf den Heli geschossen alter aber war sehr sehr knapp 50 meter also ich hab auf 300 gemacht aber es sind glaube ich schon 250 doch mit einem guten Schuss in Rotor schon ja in Rotor schon also jetzt mal so ich hab mal einen Typen kennengelernt der hat im Match einen Heli mit einer Pistole runter geholt und das ist kein Witz Ammo? Hat jemand Ammo? ne der hat das wirklich gemacht der lief vorbei und der hat gesagt nicht schießen wir haben spaßeshalber er hat ein spaßeshalber als einziger drauf geschossen und danach ist der Heli abgestürzt wir wissen nicht wie er es geschafft hat hallo hast du Ammo für mich bitte warum chillt ihr denn alle auf einer Stelle wir müssen uns nicht verteilen wie bitte? ja ich brauch Ammo, Ammo bitte äh warte auf 199 Grad da sind ein paar Gräben und da sind Gegner drin Perfekt juhuuu kommt mal einer hier runter auf Riverform auf die Flagge ah beziehungsweise wir bauen hier oben in Walden ab einfach zu jawoll da komm ich zum Schaufeln ja unterm Baum ist doch schön wo wir eine Schaukel aufhängen für die Kinder ja ich bin am Radio, Feindradio, Schaufesamt hier sehr schön ja die Bosch mit Klassen da auch nicht also die schöne Aussicht hier steigt bestimmt den Wert unserer Immobilie na hoffentlich, wartet das Radio, stellen wir hier hin Frage ob wir dem Hedi jetzt vertrauen können, wie es gerade aussieht na jubi so wie der fliegt nichts oh boi oh boi you can do it Pinkfisch Pinkfisch der will bestimmt in den Fluss war so ein bisschen alle auf den Flagge her Zeit auf den Flagge her alle die ja außer die hier passiert sind die VK die wir uns zählen VK oh 중 vor Windows ja auf wunderbar um die Die Neon-Sonne schreit und der Gabelstapel-Frauer mit der Schapel-Gabel-Fraut. Das war die Kante der Konto. Das Brutto-Sozia-Produkt. Da bin ich gerade schon. Auf einmal stand da so ein Mikro rum. Haben wir doch irgendwo ein Amo-Ding? Ja, einfach schnell fliegen, auf die Distanz. Ja, wir müssen auf jeden Fall hier die Flagge verteidigen. Die kriegen gleich bei ... Zeit. Lol, was macht das? Wir haben einfach so ein Scheißhaus. Ja, ja, aber auf die Scheiß-Butz hier unten. Nicht mal auf unser Radio. Das ist ja passiert, mein Gott. Ja, die haben einfach hier beim Angriffs-Marker die Putzig-Airstriked. Ach, wieso denn? Weil der Heidi wohnt. Ja, die wollten Heidi umbringen. Hä, wo ist Sinn denn, die Feinde? Da hab ich mich auch gerade. Hast du eine Wunenbox? Nee, keine Baupunkte. Der Heli hat natürlich nur 500 gebracht. Schütze! 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 Da seit wann überlebt ein Gegner ein Schuss mit der Timberwolf auf 50 Meter? Na ja, deiner Stimme zu urteilen, so seit circa 10 Sekunden. Frontan! Auf! 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 Von wo? Von bei uns auf dem Berg, nördlich aber. Gabin aber. Wir haben uns einfach oben gelaufen. Nein, es ist immer noch ein Zweiter. noch weiter oben auf dem berg hier mal ist bei euch einer? ne ne? posten auf dem berg bei uns granate geht raus granate raus habe ihn minus kann ich euch holen? wir verteidigen jetzt ich? ja reflekt bzw wir schaufeln das radio ab wir versuchen ja klar gibt es eine möglichkeit wie man neu rein spawnen kann du drückst einfach auf das symbol ja oder so du leafs einfach das game das ist auch eine option wir schaufeln unser radio ab nicht dass das der feind bekommt ja aber noch wir haben es doch jetzt verteidigt oder ne? ja aber wir müssen alles gut aber das radio muss noch weg achso wir brauchen die flage nicht mehr ok 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 merek ja 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 weil hier ist definitiv noch eine feind ab und die finden das und dann verlieren wir 10 tickets ja nö aber hier ist auf jeden fall auch noch feind aber hier ist auf jeden fall auch noch feind bekommt ihr das zu dritt hin oder nicht? mein knie scott lead bekommt ihr das zu dritt hin oder nicht? muss ich noch rein spawnen na ich kann auf jeden fall nicht schaufeln einer wäre auf jeden fall noch gut ich mach ich ich lebe schon ja komm ich hoffe mal ich komm weil er sagt mir schon wieder dass meine rolle nicht verfügt bei Ace ja weil Ding gelieft ist glaube ich weil Essentials gelieft ist Hunter hi ich muss warten bis wir noch einen haben so wenn der aufsteht dann kann ich nicht rein scornen ok so ich warte im radio auf euch schönes wochenende wünsche ich dir schönen oktober wünsche ich dir keine Ahnung habe dieses ganze game noch keinen einzigen Feind gesehen es gibt zwar schwierig auch eine Farbe nicht auf meinem Monitor ich hab so eine Retro monitor ich habe so eine Retro monitor jetzt warte ich smoke danke Papi wenn du mir sagst so ein Boot kriegt er westlich ja westlich süd West ich habe wir aber auch nicht mit die vorbeizdecken sollten schon mal langsam ja der liegt bei 24 irgendwo hier ist man den gamer linie ja doch ebenfalls schönes wochenende danke ist auch egal ihr wir müssen sowieso sterben sonst müssen wir ewig lang laufen ich eigentlich auch kein bock drauf stellen wir uns alle in der reihe auf genau ja also entweder ihr sterbt jetzt und spott auf crashzeit oder wir laufen ja danke niemand von uns war glaube ich eine rakete immer wieder in die def oder gehen wir in angriff wir gehen in die def auf crashzeit na hunter was dein plan fürs wochenende magst du mir ein pflaster geben nasenbohren aus klingt doch gut das ist blutet oder sonst wird es ja gar nicht vielen dank ich hab mich immer noch wo der eine typ bei dem new world gibt es keinen platz auf dem server okay ja wie gesagt ich habe auch überlegt mir das zu holen ich weiß nicht ob ich jetzt ausgeben will wenn ich weiß dass ich das nicht so oft spielen wer wie geht's dann werft granaten raus und geht raus ich komme übrigens mein essen an der muss ich kurz nach unten ja pablo und ich laufen hier gerade richtung und du kannst uns markieren wenn wir umlaufen sollen kann jemand mal den tiger markieren genji dann spawren wir einfach bei mir hier und laufen rüber ich habe heute ein bisschen früher schluss gemacht das war schön auf der arbeit wir haben heute so gegen drei vier aufgehört windows partition für studien start was studierst du noch mal haben wir darüber gesprochen ich glaube meine beschreibung unten im twitch panel sagt auch immer noch ich bin student und nicht bald das neue windows update warte auf jeden fall noch einige zeit vielleicht ändert sich das noch mit dem warte schlangen ich denke mal die werden noch so viel geld dadurch machen die locker noch ein paar server drauf bauen das ist ein spiel wo man so klassen hat oder kann jeder alles sein weil ich hab ein bisschen teso gespielt da kann jeder irgendwie immer alles sein wie nachdem wir das und ich mag es eigentlich lieber wenn man einen charakter hat man hat so klassen man wählt aus man will keine ahnung verdient sein oder jäger sein oder twitter oder tank das finde ich eigentlich wieder da wb volle die truppe ist so langsam da der abend geht los ich freu eine noch zu mir von rallye aus aus der wüste rein in die wälder der ukraine so sieht es aus software engineering ja wenn das elf kommt den nix wird auf dem macbook ja ok ich darf doch oder was darfst du ne wir haben gerade beide auf den gleichen geschossen ja wir müssen auf jeden fall auf crash site drauf sonst ist das ganz schlecht sag mal unserem kommander da war gerade eben einer und wo einer ist es meistens nur ein zweiter das hat er eine weisheit ausgepackt pablo warte auf mich ich helf dir spawnt alle rein drauf da die artis holen den scheiß tiger weg der rest cappt die artis ist einfach abgebreit am baum es ist man kablo gehundig kablo wo bist du rein 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 die fight tab ist auch disabled einfach nicht die restlichen beide kehren die spieler haben die sind ja schon verkauft wenn du bereits in der halbe von vier wochen die spieler trifft das spiel nicht zurückgehen oh ok ja glaube ich klar wenn du das holst das kann bock 10 Wartestand 10.000 tun einfach hier holen mir die Butze vorsteckt 2 ich auch keine lust wir müssen in diesen wald ein einmal halte alle haben alles klar und dann die ab wieder aufschaufeln was war das denn da kommt so ein busch hier raus umgebt gab es schon den iphone bitter des spiels technische probleme als wurde erst dienstag abend bekannt dass die server natürlich der natürlich mag mich einer holen im norden krebszeit wird die nächste flagge sein aber haben den gesagt dass die das fixen wollen demnächst hier lief so ein busch von süden nach norden ja wir haben die hier umgelegt alle die punkte mitnehmen jetzt wurden server nachgereicht platz haben auf den anderen freund aber du kannst noch wechseln das meinten die für zwei wochen kannst du kostenlos server wechseln das alle noch auf allen so alle bei eviscord 2 reifen mal schauen wie gut das funktioniert aber kriegen wir schon hin der landet hier jetzt gleich ein weg das weg das ist auch so das ist noch nicht live ich dachte es wäre schon mal ich bin ich bin ich bin ich bin ich bin ich habe noch ein anderes spiel gefunden das heißt einfach ein richtig abgleich von vorgeist sieht ganz witzig aus das würde ich auch mal ausprobieren kann man mir doch mal erzählen wie hier 13 oder 3 passen gut aus den jungs alles 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 was wird ein hotdrop ja die kannst du wechseln aber die gilde ist dann weg und somit der gilden erfolg der eigene fortschritt bleibt ja ja ich meine wenn du den eigenen fortschritt nicht leben kannst du kannst du einfach einen neuen charakter machen auf dem server dann brauchst du ja nicht server wechseln mein gilde ok kann ich verstehen sonst hast du nachher eine übergilde die auf allen server ist aber das sind tracer damit wir wissen wo wir hinfliegen müssen vertrauen müsst ihr haben das ist der moment an dem wir wünschen ich hätte einen fallschirm was gibt es denn für news wir werden wenn alles gut geht bald zeigen können wie es ist in den landen ein haus zu kaufen und ein garten einzurichten und dann eine tour machen der fall ist haben das fallspiel man sollte erstmal zur verfügung stellen später zusammenlegen dann die option zusammenlegen wo du von anfang an ja klingt so erwachsen ja das ist crazy die vietnam hier ja cool nice freut mich danke danke ja wir sind auch excited ich will noch nicht zu viel sagen weil ich immer noch angst habe dass irgendwas natürlich sein könnte was das ganze kaputt macht das ist übrigens alle zum oben beim marken sag mal boxbunny warum hüpfst du denn hier so rum sag mal boxbunny warum hüpfst du denn hier so rum ok ich gehe weg hier und eine tour und dann zeige ich euch alles gut wir bleiben vielleicht doch erst hier und du musst mal springen du bachst hier die ganze zeit hin und her ich hab nie durch in die richtung ja 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 das ist ein creepy drauf ben drauf hab ich auf rastuph kauf zurück ich habe dir vielleicht ich habe dir geguckt die alte sieht schön aus oder da will ich halt so ein paar videos machen wie es dann ist in den niederlanden dass du alles fertig zu bekommen was man alles braucht oh shit ich habe keine bandages so nah so nah wie war das noch? im hinten ist heiglich gelaufen weg ja was habe ich davon ja ist immer schuld oh pablo mein held aber wenn dich das interessiert erb mal bescheid ich bin überlegen ob ich das auf insta mache oder ob ich mit dafür tiktok mache denkt ihr danke pablo ein umschrauber fliegt zu der ab da an der drücke aber wie ist das denn es ist nicht ganz neu aber es wurde vor einigen jahren mich renoviert einfach auf logistik center frech da war der hot drop dann gehen wir erstmal da hin rallye ist auch weg ah ne ich habe gar keinen gedroppt wir sind gerade das erste mal gestorben in dieser hau wer ist der erste denn nicht daran denn jetzt nie es ich ich ab weder tiktok noch insta ich weiß halt auch nicht ob ich weiß ich mache tiktok irgendwie ich bin auf dem weg zu dir das radio auch da könnte mir vorstellen dass sie vorne ist wohl auch nicht was findet ihr habt man meistens eher ein kind oder eine eigene nutze wohnung vor kind wie sieht der rest des essen hat noch acht minuten dann sollte es hier sein naja schöne arbeit ja witziger scotlene auf jeden fall nacken jede runde das gleiche brauchst du irgendwie aufmerksamkeit dann ruf mich mal an die runde als wild das war jetzt genau aus dem umfeld eher die die andere reihenfolge eigentlich auch alle die wurscht holy shit jeder runde bin ich mal das nein ganz ehrlich im endeffekt kommt wie es kommt weil es ist gut manche wollen ja auch gar nicht kaufen für manche ist auch der lebensstil überhaupt nicht passend dass man kauft für alle fünf jahre umziehen wir steigen in heli ein alex ritter so dass habt ihr ein mic gut dann fehlt alex noch aber ich freue mich schon euch das zeigen zu können und wir haben wenn das alles das alles klappt haben wir eine coole küche richtig geile kostüme euch nur eine vernünftige euch noch ein cam link da habe ich bock drauf dann machen wir abstimmung was ich kochen soll dann kochen wir gemeint dörg dank dir für den dörg markus ich glaube mal der kommand ist geradeaus alles klar kann sein dass gleich mein essen irgendwann ankommt ich habe mir jetzt einfach mal eine pizza bestellt weil ich die frage wo man es gut nebenbei essen kann essen da ich habe jetzt gleich eine bacon chicken pizza wenn wir ankommen läuft bravo zu bravo charlie zu charlie und alpha schaufelt auf auf ok auf mal bestellen einfach zu dem marker laufen du bist charlie feiert es fängt schon gut an und und runter 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 danke und ein paar mal na holl die Kreml Charlie wir rennen zu Charlie dann schalte kümmert sich erst um süden ja gut die sind noch so weit weg brauchen wir jetzt noch nicht sofort immer eine richtung an bitte bei mir gab es heute abend in die giri mag es ja ich verstehe auch nicht warum du den lmg ohne scope nicht auf dem berg nicht auf dem berg wird vom lg eingesehen ich nicht 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 ich könnte den ja die mit special kids die können auswählen weil auch wenn du nur kind hast oder nur haushaust hast du auch stress weil immer irgendwas ist da kommt ein panzer weil es tun ey chat wir müssen durch das essen einnehmen ja jorge ich bin leer ich hab nix ich hab gar nicht mehr munition für meine waffe ja squad 2 kommt dran squad 2 kommt dran ja da ist gerade eine cornet geflogen scheißegal die brauchen viel zu lang zum nachladen aber warum kann ich meine scheiß wache nicht aufstellen ja also wenn er auch so langsam landet das ja wird was man mg sind richtung 105 oben ja was teilt ihr davon wenn wir mal hier gleich mörder hinstellen und die komplett weg muss man eben gucken ob ich mein ding hier nicht irgendwo aufstehe kompromisslos welchen ist es kass ab ja doch es geht ok wenn wir uns hier vorne hinstellen bullet drop im spiel ja ziemlicher bullet drop ich bin dafür wir bauen hier mörder auf ne wir mördern die da oben jetzt komplett weg hier hinter können wir prima aufbauen können wir machen jetzt kommt erstmal hierher und baut erstmal die FOP eins nach dem anderen jungs jetzt kriege ich irgendwo nen Busch wo ich mich reinsetzen kann ich habe mich jetzt eingeschossen auf die entweder aus dem innen hoch oder nach hinten komm dann mach mal wieder auf Ja, ist gut, Black NG. Wir haben viel zu wenig Munition hier und es ist viel zu schwer, hier Munition anzuliefern. Es reicht ja erstmal, wenn du hochschießt, damit sie wissen, dass sie aufschließen können. Ja, jetzt spiele das mal auf Side Dammit. Eins nach dem anderen. Geht die Krise, Chat. Der Typ ist anstrengend. Auf meinem C-Marker ist eine feindliche Infanterie, das ist ein Nord-Osten von uns. Markier direkt. Markier einfach. Die Infanterie ist sicher nichts hier. Wir müssen hier raus aus dem Top-Kopfhaut. Komm mal her, mach mal Räuberleiter. Komm mal her, komm mal her. Da oben stehen zwei MGs, da kommst du nicht raus. Komm mal her, Räuberleiter, Räuberleiter. Im Osten kommst du raus. Äh, im Norden, Entschuldigung. Jo. Im Westen auch safe. Nach Norden rauslaufen und umlaufen. Ja, Norden kommst du gar nicht. Das ist easy, Osten. Kein Problem. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Das kann sein, dass die im Nord-Osten eine Pop bauen. Auf 0,75. 0,75 einer. Direkt über den Hügel. Direkt wo du hinläufst, über den Hügel. Nett ey. Schon drin. Warum wackelt der denn so der Junge? Jungs, ihr müsst euch echt verteilen. Das bringt nichts, wenn ihr alle direkt neben der Haar prockt. Eine Granate in das Gebäude und ihr seid alle down. Kein Tubschrauber kommt im Norden an. Kein Tubschrauber kommt im Norden an. Kein Tubschrauber kommt im Norden an. Oh. Hier bei mir kommt man eigentlich ganz gut raus. Einfach nach Norden und dann im Fluss mit nach Osten. Continue geht. Echt? Potash. Kannst du mit mir laufen und meinen Rücken decken, wenn ich die jetzt an der Vop hole? Kannst du meinen Rücken decken wenn ich dir jetzt an der FOP hole Ah, ich kann es nicht so aufstellen 300 Meter noch ein bisschen mehr als 300 Meter Hier ist doch noch einer direkt Ich habe einen Sniper Scott vor dir ausgeschaltet Ich hoffe der Typ ruft gleich an wenn das Sie sieht mich nicht hier hinten Oh boy Wir müssen MG das jetzt besetzt wird Im Norden schießt ein MG auf uns Brotas kannst du mich holen? Lauft immer in den Schluchten es bringt nichts da auf die Berge zu gehen Da werdet ihr sofort weg gemäht Jo Ach man ey So dass wenn du mich holst musst aufpassen hat ein MG straight Norden geguckt Norden werden wir auch angeschossen Oh Gott der trägt im Norden Ein Essen arrives gleich zu Lass mal hier weg fast das MG gleich wieder kommt Vielen Dank Alles gut Gut immerhin konnten wir die Leute vom Hügel gut holen Pass auf Eisenmann krabbel hier hin Ja ähm Fick macht die BMP so weit hinten man Wahrscheinlich schießen Der schießt über einen Kilometer auf einen Kilometer Siehst du in dem Spiel gar nichts mehr Ich glaube schon Diesen gut Das haben sie extra so eingebaut Ja aber Speedlink weiß schon was er macht Das schießt Ich kann ja Spaß 400 Meter Feindliche Okay ist schon mal Ich brauchte ja übelst ein Gamerlin Den seh ich jetzt nicht Oh das ist ja noch mehr Ich kann nicht Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin ja vielleicht machen wir 400 meter und dann ein bisschen höher ziehen ist glaube ich besser ja da haben wir ihn hey genji hinter dir auf dem berg oben ein bisschen hoch eure einschätzung zum spiel was denkt ihr also ob es mir macht es Der Schuss Hab ich meine richtige Nummer angegeben? Wo ist mein Essen? Account Setting Option Orders Ich geh mal ganz kurz nach unten Eben gucken ob man Essen da irgendwie chillt Yo, es war uns rauf auch los Geht mehr auf uns Alan's Bomber am Rally Nevermind, Rally ist weg Das Radio ist im Bleedout bei Squad 10, das heißt die dürften auch nicht mehr melzern können Servus Dragon Tschüss Dragon Der war grad'n Aten Zebra noch mit dem Jo, jetzt war's das auch mit dem Radio Äh, der Gelbe Ritter Komm mal zu Bahadur Agriculture Es, es chillt nicht unten Jo Jo Ich cap'n grad'n unsere Flagge Ja schon, aber wir kommen halt nicht mehr ran Die FOP ist komplett weg Du kannst das Radio übrig jetzt auch abschaufeln Alex Und cap'n Unsere Flagge Ja Echt Ja Hey, warum hast du nur 1000 Ja, weil Munition erstmal wichtig ist, aber auch das Für die FOP, die bestehende Wir fahren nach Darbont Es sollte ja lang eigentlich, um ne neue zu bauen, oder? Was? Was? Wo bin ich? Zum movement, Mark Darbont So Noch bekomm'n Ich wünsche euch einen schönen Abend, Luke Ciao Chat und viel Spaß noch Male Tschüss, danke, dass du da warst. Was machst du? Gehst du schlafen oder irgendwo anders hin? Verlässt du mich an anderen? Ja, beschissen. Und? Fuck, fuck, fuck. Raus, raus, raus. Halt an! Halt an, Halt an, Halt an Sooo Der Infanterie Da Gleich rein, da weg Steig ein Nein, wir müssen auf die andere Seite Bei uns Bett, war viel unterwegs Oh, das klingt doch gut Dann schlaf schön, Malle Der Feind fiel aus Süd Der Feind fiel aus Süd Der Feind fiel aus Süd Gutes Nächtle, du. Ich dachte, das kam aus Norden. Gut, Entschuldigung. Ne, ne, hier. Der Feind kommt aus Süden. Vom Berg runter. Die haben wahrscheinlich da ne TOB-Fop. Essen, ey. Bei uns sind weimliche Eibes. Da hätt ich wohl links abbiegen müssen. Ja, aber das Problem ist, eigentlich hätten wir auf Dabon bleiben können. Aber Scott 7 wollte unbedingt da im Norden die TOB-Fop setzen. Und dann reicht das nicht mehr. Soll ich mal direkt den nächsten? Lodgy, schnappen wir den Spot. Ja, warte mal. Das wollte das Aim nicht mitspielen, ne. Der hat die ganze Zeit hin und her geschwankt. Was soll man da machen? Da verrückt. Weil ich hatte den am Anfang getroffen. Aber gut. Manchmal fallen die Würfel einfach anders. Ja, wir spawnen auf Agriculture. Der ist nicht schlecht gemacht. Aber ich mein. Ja. Ich finde es sehr gut, dass die alle hier vorne sind. Richtig. Da spielen sie gerade unglaublich gut. Das objective. Ich bin auch schön, wie unsere Heli-Piloten mit auf der Map sind. Ich habe den Heli-Piloten vorhin mal gesagt, dass sie vielleicht lieber mal üben sollten. Ah, okay, ja. Wo sie anfangen mit Fliegen. Weil letzte Runde, der war ja auch schon nicht so das Gelbe vom Hai. Und du kannst hier eh nicht fliegen, weil die TOWs haben. Wahrscheinlich da südlich, wo die Feinde herkommen. Da wurde jetzt auch die Hub markiert. Ist wahrscheinlich ursprünglich eine TOW-Fop. Also auf der Map-Heli fliegen ist schon gefährlich. Muss man schon können. Gehen wir dann gleich da bei Scott 7 rein. Oder wo? Nochmal, du bist voll am Längen. Dann gehen wir gleich bei Scott 7 rein. Tut mir leid, ich verstehe nichts. Aber einfach hier großflächig um Badur Agri-Culture verteilen. Beziehungsweise hier Richtung Fog pushen. Ich werde hungrig. Nasehaar hat Connected. Nasehaar hat Connected. Kein Name. Schaufel Nepex. Schaufel. Schaufel. Markus, was hast du noch schönes? Ah. Was hast du nur vor am Wochenende? Wir fahren morgen in ein Gartencenter. Wir fahren morgen in ein Gartencenter. Ich bin mal gespannt. Ja, puh ich erst mal auf die Pop bei Movement Marker. Da ist eine Feind-Pop. Hilf mir mal direkt. Da geht in den Norden einen Heli runter. Okay, rein geht's. Ich guck mal, ich guck mal hier. Ich will hier so in die Richtung vielleicht den Feind bearbeite. Dann hört ihn ja schon gut. Feind habe ich das Able dran da. Da ist aber kein Feind. Gott ey. War schon wieder knapp ey. Junge Junge. Ja. Servus John. Du kannst mal auf... Ähm, ein Exposé für meine Bitcherarbeit arbeiten und morgen am gönne ich mir das Einzelpferde österreichischen Posi-Slammeister shoppen. Weißt du so. Doch. Nach so'n guten Plan haben du. Auf, komm ran. Ich bin schon drin. Ich bin schon drin. Ach du was ihr Gegner mit dir? Hab ihn. Das sind mehrere. Okay, hab einen. das muss jetzt ein bug sein ich liege so er er hat dich er hat mich aus dem off volle hier so oben aus dem off sitzt er und so er hat dich wir verlieren zwei tickets die mit ganz doll lieb meine pizze gar nicht ganz doll lieb meine position radio copy bei defense marker steht noch bei 24 geht ein hubschrauber ohne und setzt vermutlich ab wo ist denn 24 noch ein paar davon bekommen ich könnte jetzt sagen das war nicht so gut man könnte da auch die schuld auf daniel der nicht bescheid gesagt hat das dann und hier sitzt richtung hier die marken magst du mich versuchen zu holen danke der name ist daniel düsenberg oder so ist doch nicht einer von von den donut duck comics der erfinder mit tic tritt um den truck und dagobert duck und so eine düsenberg genau ist ja düsen trieb ja genau ich glaube so können wir gleich gut aimen er läuft ne wenn ich aufstehe krieg ich sofort eine kugel da ist auch warrior an die artes ja halb ausgeblut wird graulich erstmal den berg hoch kenn ich nix der rücker macht 20 tickets oder 30 wir dürfen wieder in farbe spielen ja nicht so schlecht aber es sieht aus könnten wir das dorf cappen versuch mal mal gucken was passiert oh oh noch feind östlich der ab die 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 der captain d'abon dem ist hier wohl auch noch einer wo ist er hin ich glaube ich kann mal lieber hier in die buchseuch bisschen sicherer die waffe hier gefällt mir sehr gut bitte nicht hier müsste er von ein dann haben wir nochmal 30 auf geht's 3 ja nicht mehr aufgeben jungs wenn wir da noch nicht gg wir haben sie zu einem fünftel mal schauen zwei drei es kommt mörser rein ist rasio ah never mind der versuch war da der versuch war da jetzt kann man essen kommen jetzt kann man essen kommen perfektes timing bis jetzt die du aus ich schau mal eben so als würde ich jetzt noch mal bestellen dann gucke ich mal ob da meine handynummer drin ist die Secure all objective areas gespielt, zwei Runden, absolut behindert für uns. Ich hoffe, das wird jetzt mal einigen zwei Runden haben wir so auf die Fresse gekriegt. Ich glaube, ich ruf mal eben bei einem Restaurant an. Waddi? Squatty? Ne, 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 okay. Warten. Ich wollte nur wissen, ob du überhaupt da bist. Ja, gerade schon. Ich will mal kurz auf Kalkung gleich wieder. Ja, gerade schon. 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 Und geht in die Cap. Alter, komm, komm, komm. Wir sind am Marsch. Das war's mit uns. RPG, wo bist du? Geht in die Cap rein. Nicht aufgeben, nicht aufgeben. Guck, dass sie am Leben bleibt. Lasst sie nicht wegschießen von dem. Das ist nur ein BTH. Zudas, lauf mal nach Ost in die Cap rein. Ja, ich hab noch nichts. Krümel, bleib am Leben. Guck den noch nicht an. Bleib einfach am Leben. Das war schon immer so. Ist unser RPG-Schütze tot? Wo haben wir überhaupt einen? Wir haben gar keinen. Nein. Das ist das, was ich zu einfach mein. Schade, dass ich keine Ahnung habe. Ich kann nicht immer mehr wechseln. Zwei W. Ja, ich hätte... Lass den Combat-Ingenieur, das passt. So, du kommst jetzt mit. Guck mal, dass sie nachher ein paar Milen-Place auf der Hauptstadt hast. Mahlzeit! Ach, danke dir, Hunter. Ich hätte eigentlich hochgeholt, das ist eigentlich gleich bei der Brücke zu placen. Ich meine, wir sind ja tot. Ja, perfekt. Um zu essen. Danke sehr. Ist das jetzt nicht wahr, oder? Der steht immer noch da. Das ist natürlich... Mal wieder die Flamme-Wunde öffnet. Das ist nicht so ein Jumping-Zettel. Und dann kommt der Radepunkt. Das ist ein Scherz, ne? Ich bin mitten im Drack. Ja, sagt zwei, dass er aufpassen soll, wenn er runterfährt. Ja, Chat, wie hätte es anders sein können? Wie? Ey, unglaublich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Mann, ey. Welcome back. Oh nö, ich hänge mit Dingen fest. Danke, Krimel. Herzlichen Dank auch. Entschuldigung. Können wir was essen, Chat? Schnell weg hier. Wo ist denn der? Guck mal, dass ihr euch schon mal Richtung Süd bewegt. Richtung Shopping-Zenter, ne? Sieht schon gut aus. Sieht schon gut aus. Mit meiner Freundin mal im Bild senden. Wir haben da einen Rifleman. Er hat direkt die Moschen von uns. Naja, ich weiß, ich weiß. Ja, ich bin... Ich hocke in dem Ding fest. Ich kann nix machen. Steck fest. Ah, scheiße. Ja, ja. Ich komm hier nicht raus. Ich muss warten, bis es explodiert. Ah, ja. Moment. Guck mal. Warte, ich versuch's mal hier an die Kante. Ja, bitte. Hier. Was sag ich dir? Herr Muckel, bist du noch im Grauen oder bist du lebendig? Bin lebendig, aber stecke fest. Was? Was? So, jetzt sind wir hier. Jetzt können wir ihn umheben. Ich höre hier drüben Fahrzeug. Danke. Das ist nicht von dem Ast. Norden auch nochmal. Es will in den Untergrund bei Shopping-Center. Ist das ein Nerdy oder was ist das? Ich hab keinen. Audio. Oh, danke. Fahrzeug. Oh. Kann ich wieder aufnehmen, den Armour back? Oder brauchst du noch? Nur weg, nur weg, nur weg. Ja, kann weg. Okay. Scheiße, Müll. Ach, danke Markus. Danke, Anteil. Ab auf Shopping-Center, oder? Gibt er eine Pizza, ich will sie essen. Gibt er eine Pizza, ich will sie essen. Falls wer tot ist, oder so. Shopping-Center, sieht gut aus. Vorne was Wasser, man muss auf Toilette. Probleme habe ich. Ist denn überhaupt wo? Wir haben einen Feindenlogi, der ist in Train-Depont. Wohl angekommen. Miene auf der Hauptstraße, Achtung. Ja, leg ruhig ein paar mehr, die sieht man ja auch. Jaja, aber ich muss zu Squad 2 wegen Moni. Reiz die Maximum an 10 Minen ruhig aus. Ansonsten, wer tot ist, dann train die Poe nach hier aufs Bohnen. Okay. Wir sind hier schon. Seit wann kann man die Minen nicht mehr richtig verbuddeln? Es ist auch neu seit der Erstgrade, oder was? Ja, ne. So ist es verpackt seit. Dass das Spiel verpackt ist, das ist normal. Guck mal an. Jaja, das ist klar. Ich habe jetzt eher gesagt, das hängt davon ab, wo du sie platzierst. Und durch Beton kannst du mit deiner Schacht nicht durchschlagen. Ja, doch. Kala. Hm. Mhm. Okay, der Gegner hat Caption Training Pool. Ja, und Fahrzeug Audio von unserem MRAP hier auch. Der Sniper Stone, der markiert wurde. Der MRAP mit ausgeschalteten Motor, oder? Oder habe ich den scheiß verfickten Bug? Wie bei der G3-Fraktion. Oh Gott. Castle Gegner. Scheiße. Ich habe jetzt mal eine Rechte Hand, um zu laufen. Ich habe sehr wahrscheinlich eine Hopp. Nee. Nein. Eine Hopp. Bei Castle drüben. Okay, check. Es ist eine Barbecue-Bacon-Chicken-Pizza. Lecker. Ja. 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 Ich höre ihn auch. Ja. Aber dann ist es bei Castle. Nee. Train. Das kam von Train. Ja. Der ist weggefahren. Äh. Die Hub von 7 ist weg. Ist nicht mehr spawnbar. Die sind sehr wahrscheinlich am Radio. Das ist schon ein bisschen länger aus. Die müssen zum Radio rüber. Muckel. Rechts abbiegen. Es ist zu spät. Es ist zu spät. Also wie gesagt, greift den Mann auf Train Depot an. Einfach auf Train Depot. Das sieht man selber nicht. Der steht auf Chopping-Center. Ja. Ich kann dir kein Rally setzen. Hier sind auch Gegner unten. Du könntest aber mal an der Main spot. Ah. Vergiss es. Der Lodgy wurde schon genommen. Oh. Oh Gott. Toll. Jetzt ist gerade ein Lodgy an mir vorbei gefahren. Und will sehr wahrscheinlich auf unsere DEF-Flagge. Müssen in die DEF. Ja. Und bei Castle ist auch ein Lodgy. New York Pizza. Ja. Fuck. Scheiss. Road-Punk-Visiere. Also die bauen jetzt hinter uns. Sehr wahrscheinlich auf University-Camp. Möglich, ja. Unser Ziel ist es immer noch, soweit Train Depot anzugreifen. Ja. 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 Dann guckt mal, dass wir doch jetzt in die Defense hier bei Shopping Center gehen. Ja. Unser Main Bridge wird wohl auch abgecampt. So dass ich decke die linke Seite von der Lagerhalle. Was habt ihr für Lieblingsspitzen? Gibt es da was? Das BTR bei... Ja. Generell euer Lieblingsessen, Chat. Das würde mich jetzt mal interessieren. Äh... BTR kommt Nord-Ost-Ost. Euer Lieblingsessen. Ja auch Hauptstraße entlang. Dann können wir das ja vielleicht kochen demnächst. Über Hoffi. Ja. Bei Hoffi. Fähr dringend. Weiter. Straße. Die kommen irgendwo von links. Pass auf. Der Lodschi steht nördlich von mir. Bei wem? Ich hab Hoffi. Jetzt hat es über sich. Ein Gebäude weiter. Ich check. Ich bleib mal bei Shopping Center. Ich markier ja... Ja ungefähr. Richtung ist nicht schlecht. Eins meiner absoluten Lieblingsessen ist ja Lasagne. Scheiss. Die haben hier die Hub. Die Hub ist aber offen. Steht nicht im Gebäude. Die steht zwischen den beiden Gebäuden. Wo ich dran bin und bei den nächsten. Ich komm unterstützen. Ja, ich hab schon. Ja genau. Perfekt. Aber die... Die spawnen jetzt da rein und ziehen runter. Wir müssen die verteidigen. Eine Minute bei Ray. Nein, wir müssen gegen... Gegen pushen. Das Gebäude auf Hoffis Leuche ist komplett überlaufen mit Fein. Nein, wir haben wieder ein super Team ey. Ich weiß nicht was die bei D6 unten machen ey. Und ich weiß auch nicht was eine ganze Zeit da unten macht. Ehhh... Was ist denn das für eine Pizza? Bei mir ist ein BMP. Feind BMP. Bei Muckel. Kannst du BMP markieren? 50 Meter von mir? 50 Meter von mir? Südwesten? BMP... Bist du sicher, dass das der BMP ist? Ja. Ja. Ja oder... 50 Meter westlich von dir. Also direkt auf Shopping. Ja, hat normale Reifen. Aber für mich ist das ein BMP. Das ist ein BTR. Ja. Das ist kein BMP. BTR. Aber fällt jetzt hier um... Um das... Okay, okay, okay. Rally ist jetzt weg, weil er direkt auf Shopping ist. Ja, der ist da. Oh schade, der soll mal durch die Mine fahren. Der ist jetzt bei Gästisch. Das ist ein Hausverfett über die Mine. Gegenungen zu einem Fenster? Warte, rein. Aber leider haben wir hier keine Muni. Wir haben auch keine Hup hier. Was ist denn für ein Scheiss geworden? Der kann gleich klar werden. Halb die Mine. Sehr schön, der ist weg. Ich habe die Mine. Der versucht ein O zu machen. Ein Toter. Klassische Italienische Pizza mit scharfer Salami, Tomatenmusikiem, oh lecker. Betten Lodschi. Ah, ich muss auch mal so eine Pizza mit so einer richtig italienischen Salami essen, sehr komisch. Lava Salami, die es hier immer wieder gibt. Die ist auf der ersten Stufe, außen. Ich frage schon die ganze Zeit auf der Stärkung. Könntest du ein neues Rally setzen? Keine Money. Kennst doch das Problem. Die hatten wir der Zeppelin, wir müssen pushen. Ja. Ja, ist ein Bleedout. Wir sind im Kirchgebiet. Ja, dann wird es auch nicht ein Bleedout sein, denn es sind bloß da. Nein. Ja, aber sie können nicht mehr rein. Dann könnt ihr vorwärts weiter. Ja, ja, pusht hier einfach. Radio beim Muckel, Radio beim Muckel. In dem Gebäude. In dem Gebäude. Bei mir ist das Radio. Ja, check. Fang schon mal an zu schaufeln, ich cover dich. Wissen, wo wir da prüfen? Ich bin aus. Komm doch raus. Okay, genau. Panzer 2 sollte eigentlich runterkommen. Funktionskat微finanzierend comsuna. Was ist einer im Osten? nice chat wir haben das radio gut gemacht leute stabil ich muss nachladen hat irgendwer muni von den fußsoldaten oh god du bist das vorsichtig ja ich hab muni habt ihr noch muni nein ich hab muni hier hingelegt ja das sehste auch jo tags weil ich weit hier bin kann ich aufnehmen jo dann geben wir mal den angriff wieder auf train depot fragt doch mal bei spaziven nach ob der bei euch vorbeifahren kann mit muni ja also wie gesagt kurz ich hab die pizza ok ja geht alle hin rearm durch an dem mein denk ich auch ne je nachdem welche pizzeria man hat oh ich renne die komplett falsche vielleicht könnte er uns sogar noch train depot rein fahren ne der macht keinen hunt trip das ist ein langweiler außerdem ne wäre schwachsinn mit dem ding jetzt da ein train depot rein zu fahren zu fuß sind wir da effektiver dran als da einmal selbstmord zu machen ich kann in die nähe hätte er uns doch fahren können was mit rechts bin ich btr südlich bitte erfüllen infanterie süd mbt wurde auch markiert die pleite in den häusern ganze squad das richtung süden gepusht hat jedoch plus das fahrzeug wir ein stück pizza ach ja ach es doch es tut Wir hören, wie der BMP dich alle umfährt. Oh mein Gott, es hat ihn verletzt, 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 es wird ihn verletzt, es hat ihn verletzt, ja hallo ich dachte schon ich muss fahren chat hatte schon angst hatte schon angst ich habe schon mal eine frage wo sind die zwei hemiatis? ich habe noch keinen einzigen schuss gehört na guck doch mal die letzte durch einer ist bei squad 1, der alex gut und bei stein beide tot genau squad 2 keine ahnung der ist da erst gleich also wird da schon irgendwas demnächst reinkommen ja die wurde gerade die asterisk das war die haupt der acht du ähm eine ganz blöde frage willst du es nicht eiskalt einfach mal inskirren und gleich äh gleich bei school rein und unten in der flugstraße ist du denk mal sie hätten collision äh schaden wenn das ball explodiert dann wird die haupt und bringe durch und gerade hinter train depot einfach sitzen oder unter der brücke ich vermute mal dass die sich so jetzt momentan auf den angriff konzentrieren dass sie von hinten kaum mehr was haben ja das ja das ich werde jetzt noch mal aufs ab setzen südlich vom train depot mal gucken wo wir die hinstellen oh nice die fokzischen in der straße ok jetzt kommt die frage der mit der ich jetzt hier euch wahrscheinlich alle verliere alle noch auf pizza ja oder nein ja das wird nichts da sind feinde nach dem markierungenhaus wir setzen sie oberhalb vom bravo marker in den campo und rein da da läuft ein country direkt auf nordosten du holst ich sicher war nein rot funktioniert kein cheater ja wir haben ja auch nicht ja bestanden wir haben auch einen ja ganz im du hast hast für das gibt es einen lodge nein dieser setzte der ist noch nicht gestorben gute idee westen 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 tjoa ladet mal einfach den versucht mal noch den lodge auszuladen du dich gib neun bescheid dass er irgendwo bauen soll wenn ich dich hab deck du nach westen ich decke osten mir mal anweisung zu geben das geht mir grad voll auf den sack also nein ich versuche einfach mal ein bisschen deine kommunikation ein bisschen zu reduzieren weil ich versuche mit den anderen leuten auch noch zu reden ich kann nicht fünf stunden gleichzeitig zuhören am besten eigentlich ja wir haben südlich von uns auf der anderen straßenseite seite rauchfeinde danke dir nicht 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 mg mg bei mir erst rauch werfen mich nicht holen erst rauch werfen ich bin mal am lurk kann ich gehöre zum dritten train was machst du welches spiel gehst du spielen wen gehst du jetzt ärgern ja was soll ich sagen der antwortet einfach nicht so die sind alle relativ bescheuert ich sehs ja ganz ehrlich so richtige tüte der läuft da die ganze zeit im kreis und ja antwortet einfach nicht viel spaß ja aber ist halt auch schon ein paar hundert stunden her und das waren wir oder als wir das letzte mal vernünftige atmen auf dem server haben hier wieso sind da immer noch vernünftige atmen auf dem server? ja ich wollte ich kick dafür dass ich einen 10 jährigen erschossen hab nachdem ich madman dreimal gesagt hab wir haben hier einen 10 jährigen da spielt es ab 16 ja ich meine das ganze spiel ist darauf ausgerichtet so politisch korrekt wie nur geht zu sein aber aber MRSP und so ne wird man halt nicht beachtet ja naja den melden den melden ist aber beim verbraucherschutz ja ja so schreist du ja besser aber ganz ehrlich ich meine we love squad schreibt sich ja alles auf die fahne so sinnvoll oder sinnlos dass es auch sein mag aber dann hast du 10 jährige spieler und naja komm gehen wir durch mal kurz nicht auf dem topic über die östliche hub könnt ähm im ost von cast leicht vorbei und dann können wir rally setzen auf train depot pushen wo seid ihr überhaupt alle ne wo seid ihr überhaupt alle ne wo seid ihr überhaupt alle es ist immer noch das ziel ist es train depot anzugreifen nicht den feind zum laufen gegen zu pushen zum beispiel das radio jetzt noch safen aber das wird ja jetzt auch gleich wieder weg sein ich seh euch ich seh euch am arsch der welt wo ihr halt nichts bringt ne bei squad 1 2 8 da hinten bringt ihr mir gar nix oder uns ihr müsst mal auch ein bisschen zuhören was wir machen sonst bringt das auch nix und die stimmung steigt das ist aber ein bisschen unfair einmal stimmung checken hand hoch wird spaß weil es dauert nicht lange dann ist die älteste hub da am westen auch weg weit wir haben jetzt hier auch schon die ersten gegner die richtung nord kommen hier holen wir jetzt wir helfen jetzt unserem squad nicht so gut wie wir können wir helfen jetzt unserem squad nicht so gut wir können ja wahrscheinlich wenn das tut dann klefft gleich c4 an dem raum wahrscheinlich weise fahren sie links ich hole dich gleich ist die hub akkurat auf foxtrot 6 kann ich die nicht sehen hab sie nicht gesehen wir haben sie auch nicht markiert wir hatten einen von uns unten oder bei foxtrot 6 5 nicht aufgeben nicht aufgeben versuch den erstmal abzuknallen so schnell geh ich noch nie auf oh der hat mich keiner dir gefunden ey der ist mir voll bei dir oder ich kann mir ohne probleme bei train depot rein ich weiß nicht dass die anderen in den häusern machen ja wo bist du denn wo bist du denn in trendy ja südlich bei train aber wie gesagt über den osten kommst du rein über den osten kommst du rein über den westen bist du absolut gefickt weil da ist die gesamte streitmacht von den typen in den häusern so es waren drei leute in train depot drin drei leute die sind alle weg ja genau die sind in den westen gelaufen und dann nach Norden perfekt und caps mal an wir cappen sehr schön also ich würde vermuten du bekommst auch Nordwest du hast dich selbst so zugebaut dass du hier locker drin rumlaufen kannst ohne dass sie rein kommen gegner ab südlich bei train depot geweldet ja das radio wurde auch markiert ich schätze mal das wird akkurat sein da in dem güterwaggon braue augenmarker ein gegner ich würde sagen wir gehen jetzt nochmal ich gehe jetzt nochmal an die vor push noch einmal gegen ich versuche mal Winkel ein bisschen anzupassen dann gucken wir mal wie wir irgendwas reißen können die vorliegenden er ist ja immerhin aufgestimmt die vorliegenden kein depot ist gleich neutral die vorliegenden gut lead wie viel zeit hast du noch alles oder nix siebenzehn sekunden dauert es nein nein nicht mehr holy Ich kann da nicht nur Leute kennen. Das ist ein Tank. Unser, ja. Oh, 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 oh. Also da lebe ich irgendwo jemanden bei der Brücke. Okay. Okay. Ja, ich glaub mal. Ja, ich auch. Also gleich zur nächsten Flocke. Nein, auf die Feindhub. Attackmarker, angreifen. Vollgas. Alter, muss ich das schon reinschreien mittlerweile? Also, ich hab's doch gerade gesagt gehabt, oder? Wenn man den Attackmarker kaum sieht, wenn man den Attackmarker kaum sieht, warum sieht man den nicht? Ich hab doch noch dazu gesagt, was dort ist für ein Ziel. Hört mir doch einfach mal ein bisschen... Oh. Hört mir euch doch mal. Radio auf Charlie Marken. Nimm das. Ich rein. Hört mir noch mal ein bisschen. Hört mir. Hört mir. Hört mir. Hört mir. Link Center, ich hole hier Bei mir ist ne Feintab vom Muckel Ja auf, ich kriege das außen richtig Schauf, Infanterie, Infanterie Ja scheiße man E9 ist so verblendet Blindes zum brechen Oh scheiße Jetzt bitte Du hast spontan hier Warte Darf ich die bitte alle erschießen Na ja, bitte kurz noch einen Moment Charge Nee, geht grad nicht das bitte Ja Bin an der Feintab Fuck Kannen Bradley gegen den Herfernion Ah Das ist geht Genau wie die Infanterie, einfach nur dämlich Wo ist man so schön Ne, das ist noch nicht möglich Doch Jungs Ich glaub an dich Mike, ich glaub an dich Hoffis Position Richtung Westen BTR feindig Ey, wir haben es noch geschafft Sehr schön GG Wie haben wir das denn nicht gekriegt? Ja wir müssen gleich einen anderen Squad damit die Stimmung ein bisschen gehoben wird Ja Hoffi Ja Hoffi, streng dich mal mehr an Seid immer froh, dass wir nicht im Gegner-Team sind Haha Naja doch, bitte geht ins Gegner-Team, ganz ehrlich Ja, geh rüber Ja los Wir brauchen dich hier nicht, Hoffi Hau ab Gott Ach ja, der Laden ist ja Er läuft hier Ich werde gerne einen anderen Ich werde gerne einen anderen Vielleicht müssen wir selber Maskotage wieder machen. Das ist jetzt natürlich ein Problem. Das ist jetzt bedrückend. Ich glaube, dann gehe ich in 2.10 rein. Der ist noch mehr bedrückend, weil Skotzen jetzt voll ist. Ich bin wieder da. Naja, bringt nur nicht viel, weil wir den 30er sowieso nicht bekommen. Ja, mach mal irgendwas anderes. Der ist auch weg. Ja, willst du die, Son? Das ist wie du sterben. Oh Gott, in dem Ding. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja. Vielleicht für noch ein Stück Hitze. Ja. Wir können uns ja irgendeinem Fahrzeugsquad anschließen, als Infanterien mitlaufen. Ja. 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 bin ich jetzt ganz alleine wo bist du jetzt in welchem scott ja da und mucke breit alle gegner land zu besiegen sowas von ja das wird absolut sinnlos ja ich gucke ich gucke ach so ist der schoko keller nimmer bittet und riefel ach ja holly dein lieblings essen ist welches So, ich hab mal den Wegen-Optomab eingezeichnet, wir haben versucht mal ein kleines Flakmanöver zum Stören zu starten und unser Rot-Tigre wird unser Muni-Crater. Wir sehen ja, dass ich einen Rallye setzen kann, dass wir was zum Angreifen haben. Wir regen, ok. Wir sind zur Auswahl. Also sprich, wenn wir da beim Wunschpunkt sind, erstmal Feuer halten und nicht grad auf jeden Gegner schießen, wir scouten erstmal feindliche Habs aus. Erst wenn's kritisch wird, Feuer frei. Ja, Bokobo, liebe ich, ist auch sehr lecker. Gebt ihr das mit oder habt ihr Einwände? Klingt super. Bei uns gibt es einen Laden, der heißt Dadawan. Der macht eine sehr, sehr feier Pokobo. Klingt super. Huch. Amex. Es wurde erstmal eine Front. Äh.. Es dauert noch einen Moment bis wir ein Rally haben. Oder du wartest da heute. So, auf alle Teams sind zu weit eingeteilt. Schickt euch gegenseitig zu. Der Medic bleibt erstmal in meiner Nähe. Esst ihr die Kruste mit bei einer Pizza? Isst. Nicht esst. Isst ihr. Daher ist sie. Typ euch hier sacht. Hört nicht auf ihn. Der weiß nicht was er redet. Er hat ja auch getrunken. Oh Quatsch. Schuss. Na, der Heli. Halt vor. Wo die vom Himmel. Das ist mit dem Rest vom Schützenfest IC. Das ist mit dem Team. Die äh spielen alle äh 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 äh. Mein so gut. Das ist mit dem Angriff. Das ist mit dem Angriff, weil der das zu Ende ist. Wer ist noch? Ja alles klar Wenn ich nicht jeden dritten Baum mitnehmen würde Guck mal eben was Ja kommt Zeit kommt ran Guck mal eben was zu trinken Das sieht bis jetzt ganz gut aus deswegen versuchen wir ein bisschen da zu nerven Ach ja Heute hast du genug getrunken Sind die Kinder im Bett Oder machen die heute lange Weil Wochenende ist Wir haben jetzt übrigens auch schon die Hälfte der Pizza weg Dann von Pizza wird mitgegessen Ja A vom 8 im Bett ATEROS SITAS SITAS Norden Friven man bleibt dann auch hier Soll ich spawn noch halten oder mal spawnen Rein 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 Heute das Game Erste Rage kriegt das Gegner Ha! Markus bist du so ein richtiger King in dem Spiel oder was Alles spawn rein Rein alles rein jetzt Spielst du Rocket League auch Bist du daran auch gut Weil ne hat ja beides Fußball da kann man ja mal denken Oder beides ein Ball Wenn du an beiden gut bist Wenn du an beiden gut bist Das ist echt nicht gut Reinheit Reinheit ist gut Ist das alle jetzt am Rally gespawnt? Jo So Wir sammeln uns erstmal bei Move Marker Sprich wir warten dann erstmal alle in die Umgebung Und dann schauen wir uns mal East Novo an Wenn alle da sind Schön mitten im Feld Schön mitten im Feld Aber scheinbar reicht's Oh man ey Wirkliche Frage ist ja Trinken wir jetzt gleich noch einen Kaffee mit Schokolade Müssen wir nicht auf West Steppen ne? Müssen wir nicht auf West Steppen ne? Nein! Ok Tag Rally steht Wir schauen uns jetzt East Novo an Immer an Feuer halten Die 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 beiden die noch hinten beim Tigris stehen Zieht immer Richtung Rally ein bisschen nach Aber nur Aber nicht Bis ganz ran Und wir Und wir cappen Wir gehen jetzt nicht auf West Steppen Weil unsere Jungs Schon immer Command Shots sagen Die cappen Und feindlich abgesichtet Ja Radio auch direkt da Ja Radio auch direkt da Dürfen wir schießen? Das ist ein Gegner Feuer frei Feuer frei Feuer frei Links Macht ihn die Hölle heiß Und geht nachs Radio Müsste jetzt eigentlich blockiert sein Ich stecke nach Nordwesten Ich stecke nach Nordwesten Ich stecke nach Nordwesten Pionier Hier und hier Leider Da ist ne Tau? Hopp 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 sehr schön die gegner von kappen mies die glaubst du scott wäre ein spiel für dich sehr schön wir haben das radio kette kommt aber auch ok alle dann die stoff verteilen guck's kaum noch ja nicht schuld es ist das ist ein skimmeter Ja, Scotty, kannst du einen Rangemarker auf Charlie machen bitte? Bleiben wir stehen, springen Cops Hat einen hier Da würde ich gerne hoch können Kennt ihr, kennt einer von euch Fahrer, Urlaub, Racing Team? Fand ich ja so gut So gut Ich meine, das ist noch Machen wir doch mal Luki, Luki Ich bete, oder? Guck mal, eh ist ein bisschen, jup Gibt's ja nicht auf den Ärzte, eh jup Mainstream, kommt wieder ein Warrior mit zu, äh, skimm mit da rein Erfahren über Blazing Team ist halt nochmal so eine, so eine andere Gruppe von denen, der macht noch mehr, noch rockigeren Rock Gibt's noch mehr Hardrock? Ihr habt die Feier Team, schiebt euch gegenseitig zu Ok, der Rest zieht sich erst mal auf, äh, East Novo zurück Der kommt Munition hinter dir Was ist denn hier nirgends für hier? Macht euch klein und test nicht auf East Novo, wir capten erst mal So ist die Anweisung für Command Ein Teil der Hecke Ich wird so nie jemand sehen Ich glaub der kann sich nicht mehr bewegen Kann mir einer Feier Team nicht geben, ich markier Infanterie im Süden Alle nach East rein jetzt, bitte Macht in die Hölle, Eis Mein Infanterie, 200 Meter Süden Da wo die Straße Seitenstraße in die Hauptstraße kommt Du bist jetzt in Charlie drin, äh, sprich ihn wieder ab Bis Charlie, lead Bis Charlie, lead Jo Atea, hast du den? Atea Ja Ey, die Form fällt da oben Da sind wir schnell entgegen Huh Eieieieiei Ey, wir brauchen einen Muschleum noch Soll ich einen Logi-One machen? Diese ganzen Dinger hier helfen schon Diese ganzen Dinger hier helfen schon Squad lead Fahrzeug hat sich nach Westen zurück gezogen Hallo Squad lead Redet wahrscheinlich grad mit anderen Squad Ich fahre grad bissen Ich fahre grad bissen Ich fahre grad bissen Ich fahre grad bissen Wo hast du jetzt den Logi hier? Ja, fahre noch Score Commander Ich fahre noch Ah, wo ist du dein Supplies? Ja Ja Nöschön Minios die steht an unserer haupt im ossen ist leer der satzung ist ausgeschaltet ich weiß nur beim sprengmittel richter südosten für charlie am charlie marker es ist so weggerannt da wick dich auf jeden fall noch was haltet durch, haltet einfach durch wir müssen Waffen schieben sind wir gleich platt jetzt heißt, Gegner aufhalten, wir cappen Westenhofer wir müssen jetzt einfach nur den Gegner aufhalten sprich, ihr habt volle Spawnfreigabe wenn ihr sterbt, geht es dann wieder rein wacke wo ist er? wacke wo ist er? stand da, an der Lodgy wir sind vor wacke wo ist er? oh, sorry hier klaus, hier war einer, haste den? minus, minus noch einer, 203, 203 soll ich mitbringen, helft die helft bringen wir 1800 Ammo und 1200 Baupunk danke danke jojo ich sehe nicht den Truck runter aber ein Infanterie im Süden ist jetzt erstmal bekämpft hey Jet, vielleicht sehen wir jetzt ein oh 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 Geist einfach alle raus schieß jetzt noch das Leitwerk wacke 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 wie gefällt unsere Position nicht, wir sind voll Wenn du den Mond brauchst, ich hab welche. Ich hab üblich gekampfen, Medic. Ein Notfall nur für die, äh, die Sonnies. Naja, ich bin, was du gemeint. Na, ich hol dich, Squadlead. Keine Sorge. Und wo wurdest du geholt? Vom Tank. Verteil dich. Weg, weg, weg. Verteilen, verteilen. Wenn ich dich hab, nach Nordwesten. Oh, ja, sieh, Straße. Bist du gedrängt? Bleiben sie still. Bleiben sie still. Gehen wir ihm mal hinterher. Er hat einen bestimmten Plan. Nein, er hängt einfach schon wieder in der Luft. Und wo wurdest du geholt? Ja. 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 Ja, die sind ja auch schon wieder in der Luft. ich krieg keine sicht drauf ne medicseid versucht immer die beine zu heilen sozusagen damit ihr nicht im schussfeld seid das ist so eine shitbox krass wir haben schon gewonnen nice bei kill ist kein tod nicht einmal gestorben gar nichts los wenn man die ganze runde afk ist es auch nicht schwer zu sterben ahja der sound am ende der war jetzt richtig wie es das dank ist es nicht so glück 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 mann 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 euch auf es will auch gar keiner mehr ins gott haben das ist jetzt natürlich bitter hallo hier ist squad 4 wir werden auf Niveau und dort eine Pop-Anne meldet sich jemand freiwillig für ja doch gut können wir das direkt umsetzen hier das ist gut oh mann ja um die Schlange hier da war kein anderes squad offen mag jemand noch seinen squad aufmachen damit ich noch rein joinen kann wo ich jetzt hier alleine im squad rum ich ich da war ich Hi. Ich muss dir sagen, ich habe nie was gelernt. Also, es wird wild. Lass uns nochmal kurz in den Spawn halten, damit wir gleich eine FOP haben. Können wir gleich nicht mehr aus. Du klingst ganz abgehackt für mich. Mist. Was machen wir denn da? Ist es jetzt besser? Ja. Ja, lass uns kurz warten, bis wir eine FOP haben. Sonst müssen wir irgendwie aus der Main raus. Okay. Ach ja. Wie lange spielst du schon, Scum? Wir gucken von... ... 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 Alpha, nice. Hey Crumble. Ja, den ganzen Abend machen wir schon ein Squat. Seit 7 Uhr, glaube ich, 6 Uhr. Alpha, ja, okay. Kennst du PR? Heikel. 2 gewonnen, 2 verloren, glaube ich. Okay, PR habe ich früher ganz, ganz viel. Je nachdem, was der gleiche Squat 4 aufbaut, gehen wir da mal rein. Läuft nicht mehr. Das läuft nicht, aber, aber Squat läuft. Bild. Servus. Hi. Wo soll ich spawnen? Ich glaube, wir spawnen uns gleich bei Squad 4. Gucken wir mal eben kurz, wo die nächste Flagge hingeht. Ach so, wir halten den spawnen, oder wie? Ja, noch einen kurzen Moment, weil ich hatte das Squat erst später aufgemacht. Da waren schon alle aus der Mann raus. Abwarten und Hidring. 7, Bradley kommt, Straße im Osten. Kommt gleich runter. 7, Bradley kommt, Straße im Osten. Kommt gleich runter. 7, Bradley kommt, Straße im Osten. Kommt gleich runter. kurz im moment noch ja immer viel rein habe ich denn für das gott nummer hier das acht braucht unterstützung braucht ihr unterstützung für angriff warum ok wahrscheinlich war es die flagge haben wissen wir wo wir uns hinbewegen ich denke mal es wird richtung westen sein oder taktrate von tv ja irgendwie so was ich habe das letzte mal ist das in versucht hatte zu spielen konnte ich bei mir ein mandel nicht mehr zum laufen krieg und gleich mal ob er defensiv sind oder richtung mark die habe es jetzt wahrscheinlich auch gleich weg ja sofort in die haupt 3 die wurde bestimmt jetzt auch schon markiert von den gegnern hat hier nichts ist also wird abgekämpft june wenn ihr gespawnt seid lasst nach süden und wir fallen nach westen oder auch einfach nicht meine absporn wenn die die einfach noch abkämpft und gut die haben gepackt nach süden sehr gut nicht aufgeben sehr gut danke danke ich danke dir mein das uns gleich das radio abschaufeln und dann gleich mal an das radio weg zu schaufeln ich bin für die olympische disziplin des granaten whiteboards so geht das hier so hat man eine ammo crate direkt daneben ja man sieht nix in diesem rauch ja wir machen wir auch die hub weg die brauchen wir nicht so ich habe mich markiert wo die feine sind nicht aufgeben radio ist hier im haus ich glaube die wissen kauf jetzt das radio ab im haus im keller im keller im keller vorsicht auf den berg auf 246 geht mal ins haus wo bitte mal wiederholen 2 4 0 geh lieber ins haus und helf mal beim radio abschaufeln ich vermisse ich vermisse so ein bisschen die attack helis und die flugzeuge und squad aber sonst ich vermisse so ein bisschen die attack Super, danke. Squad 4, braucht ihr den Lodgy noch im Süden? Ja, unsere Lodgy hat gerade den anderen feindlichen Lodgy abgefangen. Ah ok, gut. Der feindliche Lodgy ist... Ist der Lodgy zerstört? Ok, wir bewegen uns weg Richtung Marker. Negativ, unsere Lodgy lebt noch. Der feindliche Lodgy wurde rausgeschossen. Das ist Südosten. Alles klar. Copy. Entschuldig, warte. Holy crap, Alter, diese Waffe der Rückschuss. Genau um Squad Lead an Feind. Wo war der Squad Lead circa? Marker. Ist der Meter von mir entfernt. Irgendeine Idee, ob da eine Fop ist von denen? Ich gucke. Aber selbst wenn ich das einfach nicht so schlimm. Ja, lass uns mal sammeln und hier weg gehen. Wir sind hier relativ nutzlos. Ich gucke mal auf, ob wir mit Squad 2 mit können. Squad 2 ist Code 8, könnt ihr uns... Oh, war falsch. Squad 3 ist Code 8, könnt ihr uns mitnehmen. Merrick ist da. Ja. Ein Antwort von Squad 3 ist natürlich auch so gut. Ich glaube hier ist nix. Squad 3 ist Code 8, könnt ihr uns mitnehmen. Squad 3 bewegt sich zu Tunnel Defenses und baut einen Anglisch Sub. Lauf mal Richtung Marker, wir gehen mal zu Squad 3, dass die uns mitnehmen. Ja, hier im Haus. 2,40. Minus, Minus. Nein, wir gehen jetzt hier mit dem... Ja, wir holen euch jetzt. Gehen wir mit Squad 2. LV rein oder weh? Einfach halten. Merrick ist unterwegs. Ich hatte gerade, ich hätte ne Ammo-Craft gesehen, aber es waren nur Müllsäcke. Kannst dich am LV WeArm, der hat glaube ich 600 Punitionen mit oder so. Rechner rennt zu. Braurig, ne? Kam aus dem Norden, kam im MG. Also wenn die was haben, dann eher im Norden. Ja, okay. Lass es jetzt, lass es gut sein. Wir gehen jetzt Richtung Squad 3. Stellt euch mal vielleicht nicht alle auf einen Punkt. Wer macht Defense auf Gear Station? Kann uns Code 8 jetzt gleich machen, wenn wir jetzt rüber kommen. Wir gehen hier fertig, oder? Ja, wir gehen jetzt zu Squad 3. Fahren mit. Gehts. Wir sind hier gegen den Neiberg S Station. Weh, die fallen jetzt weg. Dann hört der Spaß aber auf. Ja, genau. Hallo. Hallo. Könnt ihr uns irgendwo hinfahren, bitte? Was heißt irgendwo? Am besten, dass... Leute in der Dev, wenn du uns so ein bisschen Richtung Squad 1 mal fahren könntest. Meinst du bei... bei... bei Gear Station oder wo? Ja, Richtung Tunnel eher. Eher Richtung Tunnel, ja. Da ist nicht an Tunnel dran, aber einfach nur so ein bisschen in die Richtung. Damit wir nicht 10 Minuten lang laufen müssen. Also für Gear Station. Ne. Fahr mal hier hin. Ich hab dir einen Marker gesetzt auf J8. Alles klar. Danke. Al Gore, du hast eine FOP gefunden. Ich stehe weiter, ja. Okay, wir kommen jetzt gleich zu dir. Gerne einfach noch defensiv bleiben. Einfach ein bisschen aus. Und Kundschaften. Ich hoffe, die Markierung ist falsch. Ich stehe drin. Bestanden. Komm zu dir. Wir setzen Rallye und dann holen wir das Ding. Jetzt richtig markiert. B2Kill, wenn du es irgendwie schaffst in unsere Richtung zu kommen, wäre natürlich super. E-Bronbeer und Auffaxer, das ist jetzt gleich ein Rallye für euch. Es ist gut zwei, das ist ein Striker östlich. Ja, schon bekannt. Danke. Ich habe irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gefühl in dem MG hier oben zu sein, aber gut. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Alle raus. Gucken wir es uns an, sobald er durch ist. Gehen wir ran. Gehen wir schon mal auf die andere Straßenseite. Äh, Squatter, habt ihr mit einem Crewman dabei, der unseren APC reparieren könnte? Wollen wir uns vielleicht schon ein bisschen vom Westen her, von Nachttunnel, Tunnel? Können wir eben einen holen, ja? Ähm, kannst du dir eben Crewman-Kit nehmen und den APC reparieren? Hier. Warte, es kommt einer, repariert euch. Einfach Crewman-Kit nehmen an dem Ding. Dann reparieren. Warte, haupte und der Radio geht um Nah-Vital-Mostradio wird gerade aufgebaut. Soll ich jemand anders machen, mich der Medic? Siehst du, da sind vielleicht noch ein Räumen oder Kekalogen? Ah, Tömpolog, Tömpolog, kommen wir bitte zu mir. Werkeln und Wuseln tut hier niemand. Dankeschön, Dankeschön. Ach, Aufwachsen, perfekt. Nimm dir mal Crewman-Kit bitte. An dem Wagen und reparier. Ich weiß, ob steht noch auf Stelzen. So, oder Acht und Eins. Die APC ist runtergeschossen, ist aber noch nicht komplett weg. Also man sieht noch so, dass kommt los. Ich hab einen Go, es wurde vom Server. Ja, dann müssen wir einmal kurz Radio suchen. Das Ding jetzt weghauen. Und dann greifen wir an. Das Radio wurde vorhin hier auch markiert. Ähm, Mann, die Defense. Da fährt gerade eine Logie in den ersten. Radio müsste hier sein. Ne, dort ist es nicht. Was sind die News aus dem Titel? Ähm, wenn alles gut geht, kann ich euch bald auf eine Reise mitnehmen, wie es ist. Ähm, im Haus zu Polen. Das ist ein ganzes Quad, glaub ich. 2. Das ist ein ganzes Quad. 3. 2. 3. 2. 4. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 10. 9. 7. 1. 5. 5. Dann können wir den PE auf нашeln. bueno, wir haben wir hier бойesh. Terrible die wir gehen zum marker auf geht's nice ja wenn es klappt max auf axa und pain ihr könnt mal ein bisschen über den westen rangehen ein komplett oben auf dem werk ich hab's ja schon mal gesetzt ich hab wohl das video aufgeschaut es sind sein dass sie einfach diese taube sitzen können wir sind bereit dort südlich von der defense wir rücken vor ja ich glaube so schnell kommt hier niemand weg von der defense eine chance radio bei mir radio bei mir radio hier wir schaufen das radio in tunnel ab radio schaufen bitte aber ich hör mich doch bei euch vernünftig an da komisch dass ich in squad irgendwie so ein bisschen ruckle das sollte natürlich nicht sein ja wir haben double vorsicht feinde noch irgendwo im norden kommt sie klar an hab ich dann kann sich der medic vielleicht mal zu mir bewegen bitte ja ich muss das mal hier absporten pausch und wieder Der Chat heute ist aber auch wild, ey. Tampologe, kannst du die Medik decken? Drang gehen und ich glaub F drücken. Auf den Nacken zählen. Wir schauen. Ah, Double Neutral ist. Scheiße, und jetzt? 4-8 kann angreifen gehen für das Double by Gas. Oder will jemand anderes? Man versteht dich nicht. Also ich hab nicht verstanden, was du wolltest. Wir haben ja auch nicht verstanden. Ich schreie, Chat, ich schreie. Oh, Achtung, MPT im Norden markiert. Ist schlecht. Du bist richtig. Du bist richtig. Ich glaub, der Charlton, seitdem wir mal checken, da sieht es aus, als wäre da eine Hub, glaube ich, in dem Gebäude. Auf 337. Okay. Ja. Ja. Bradley. 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 Ah, der ist halt auch im MBT, ne? Da kommen wir jetzt nicht einfach hin. Werder… Nein. Wie willst du mich bitte hochheben? Hey, Leute. Wir greifen an, Gas. Wir gehen nach Süden. Das hört sich ja so einfach. Wie will man reingehen und die Flagge hochfall ist mit dem Gegner? Ja, natürlich. Das ist dein Problem. Weißt du es nicht? Soll ich jetzt bei deinem Movemarker? Ich habe das Gefühl, ich kann direkt neben dem Radio. Nee, beim Movemarker. Warte mal noch. Warte mal noch. Okay. Fährst du deine Mieten rein? Weil sie unsichtbar waren. Also bin ich nicht gefahren, sondern ein anderer. Ja, ja. Immer sind die anderen schuld. Das kenne ich. SZT im B2Kill. Bleibt mal auf der Flagge, wenn es gut einem schon rangeht. Wir brauchen noch ein paar auf der Flagge. Du lagst schon wieder. Ich habe noch was mit der MPT gehört. Ihr habt sehr viel Kontakt bei Gas Station. Die Krise. Warum lagge ich? Da ist gerade ein Lodgy an mir vorbeigefahren. War ein Lodgy bei Gas Station angefahren? Lodgy fährt gerade Richtung Gas Station. Okay. WTF? Wir haben einen, ey. Nee, der fährt, nee. Schwachsinn. Der fährt gerade in Richtung West. In unseren Rallys. Mach ich so. Bullshit, ganz ehrlich. Wir können nicht hin, wir können nicht weg. Wir können nichts machen. Garnade. Wir können hier auch noch auf rauen. Haben wir hier noch abgeholt? Irgendwo. 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 Ne. Grad nicht. Ist schlecht. nicht weg sein ja wir sind das einzige squad hier das heißt wir bleiben noch mal kurz ein paar scott leader süden südost einige feinde bei uns wir hatten zwei fahrzeuge hier und bestimmte infanterie aber ich weiß noch nicht mehr ein bei scott lead ach ja kommt gerade ein bisschen wir sind hier nur im nordosten haben wir noch feindkontakt wir sind wahrscheinlich um uns herum sind die berichtung norden und süden rein ja die sind wieder im süden bei euch also die sind in tunel defense drin da sterben alle alles klar wir bewegen uns gleich zurück im nordosten hier abc antonne Ach, Chat, sieht doch gut aus, oder? Ich würde sagen, haben wir noch eine gute Erfolgschance, wenn ich mir das jetzt mal so angucke. Schaden am Radio ist das Problem, die schaufeln am Radio. Kann man jemand den MBT bitte markieren? Also, weiter, markieren. Das sind mindestens zwei Leute, die am Radio schaufeln. Ja, ich glaube das Problem ist, da ist niemand in der Nähe, um den zu markieren. Okay. Mx? Ja. Ist die Habt ihr bei dem auch richtig? Ist die noch Alkohol? Ich habe die runtergestaufelt eine Stufe, aber das Radio ist nicht da. Ich bin beim Radio. Alles klar. Es kommen beide von den Deutschen. Also, ganzes Squad war beim Radio. Pushen jetzt wieder Richtung Süden. Ich habe heute was gelesen, was in Mexiko abging. Was? Fels. Der Rallye ist in 10 Sekunden verfügbar. Okay, ab. Wenn ihr jetzt nicht gerade am Tunnel seid, dann spornt mal am Rallye rein. Fünf. Dann über den Westen einmal rankommen. Du bist extrem abgehackt, Mocke. Da versteht fast nichts. Äh, guck mal ob in dem MRAP von 7 Munition ist. Wir können den auch gleich nehmen. Das wäre doch vielleicht eine Idee, oder? Danke. Ich frage mich halt, was ich anders machen kann, Chat. Haben wir geschlossen? Die versuchen gerade wieder zu schaubeln. Wo ist das Radio hier noch? Bei Tunnel Defensive? Ja, das ist noch im Bleeding. Ich schieße gerade drauf, auf die zwei, die hingegangen sind. Ich glaube, die habe ich beide da oben. Ural, wenn du fertig bist, kannst du vielleicht die herkommenden MWAP reparieren. Ja, MWT soll... Ich werde schon sein. I don't know, Chat. Ich weiß es nicht. Vielleicht habe ich es nur noch schaffen. Geh lieber mal auf unsere Reddingpoint im Bauten, oder? Was für ein Reddingpoint? Ja, mögliche Spawn von dort kommen die Feinde. Der Mixer ist es schon. Danke. Da sind zwar noch Süd-Osten. Ja, die kommen von wo? Da kommt ein Stryker. Von wo? Hörst du mich, vernünftig? Östlich vom Rallypoint. Jetzt sind da... Am Radio. Äh... Ja, der kommt in den 30er rumgefahren. Oder Stryker. Ich habe keine Bandagen mehr. Gehen in den Tunnel. Feindfob im Osten. Von Gas... Gas Station. Wo ist der Wasser bei Gas Station? Äh... Östlich herum, Feindfob. Hier, hier, hier. Ich war zwei Meter vor diesem Scheiß-Logic. Joa... Bein dort für den... Äh... Okay. Okay. Äh... Squad 10 meldet sich dem... ...Command an. Hä? Was breit? Wir haben einen Tunnel. Wir haben einen Tunnel. Hier fährt noch irgendwas rum. Auf Kette. Aufpassen. Ah! Infanterie, Infanterie. Sorry, 8. Habe wieder nichts verstanden. Danke. Waren die schon close? Ja. Eingang. Die Stryker waren sehr close bei uns, bei Edward Charlie. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn wahrscheinlich noch kurz. Ich hab ihn, hab noch hier. gemerkt... Hat er... Welche workmen? das halte ich von New World, ich habe es mir angeguckt, ich finde das sieht ganz cool aus, ich mag aber eigentlich immer ORPGs mehr, die wirklich so Rollen haben. Steht bei der Feinfop direkt dran, also sollte eigentlich somit auch relativ gut mit dem Elevier zu bekämpfen sein. Decke gleich. Ich komme gleich wieder. Einmal ausgebildet, checken wir genau. Kenner dir? Sonst wissen sie nicht sofort, dass sie hier noch lebt. Mit dem Winkel sehen die mich, wo ich sie sehe. Was hast du damals zur Beta gekauft? Ah ok. So Jungs, also jetzt müsst ihr überleben, ich habe keine einzige Bandage mehr. Gennadier schaut hier rein, Gennadier schaut rein. Blutte geradeaus. Es tut mir echt so leid, dass ich nicht bei euch sein kann. Minus, hab ihn. Wir haben glaube ich getradet. Ja, das fährt sich zum Norden. Sag weiter, Charly. Hat noch jemand von mir vor den Arsch für mich? Haha, der letzte Stand hier ist ein A. Ich denke sinnvoll wäre, wenn wir Gas Station einfach verteidigen. Ja, wir haben noch 138 Tickets, wir können noch ein bisschen was machen. Feier, es ist aber mein erstes, ah ok. Ja mein Gott. Das hat so viel Sinn denke ich. Was? Ne, ich meine, wenn ihr von außen nicht rankommt, dann achtet einfach mal. Dann geht einfach von innen. So, ich habe ihn zu spät gesehen. Alles gut, alles gut. Wir haben keine einzige Bandage mehr, oder? Nee, ich auch nicht. Geh mal lieber raus hier und versuch ein paar Leute zu töten. Jo, da auch nicht. Okay, wir sind jetzt alle vibed. Jawoll. Aber schöner Last Stand. Haha. Dann gehen wir mal an der Fop rein. Es war jetzt richtig heiß hier in dem Tunnel. Oh ja. Oh 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 oh. Alles gut 7, haben wir genug Ammo. Raus aus der Hub. Weg. Gib mir den Logi. Hast du, hast du. Komm. Artillerie kommt. Alle weg von der Hub. RIP. Klopfen wir die auf die 7-4-Hop-Dogen? Das ist doch. Ich hab' da. Meistens mal. Defensieren. Wir haben das noch kein Tickets. Wow! Die hat mich weg. Wir gehen am Rally rein. Jetzt sind wir drauf. 4,3,2,1, Verlebt! Ha! Danke für die Info! Mach gleich mal an den T-Quiz nach vorne mit dem Gas-Station. Wenn du an den T-Quiz nach vorne gehst, dann hast du keine Panzerfahrung. Also wenn du nicht vorher wearmt hast. Wir gehen mal Richtung Movement Marker, gucken mal ob wir da irgendwas abfangen können. Alter der steht einfach direkt neben mir, ich kann nicht schießen. Wtf, oh nein! Der steht direkt neben mir, was soll ich machen? Ich kann nicht schießen. Also effektiv 2. Guck nicht hier rüber, guck nicht hier rüber. Yes! Fahr weiter! Fahr doch weiter du Jep! Sollen wir versuchen den abzulenken? Ich glaube wir können den nicht gut ablenken. Ey ich muss halt irgendwie Distanz gewinnen, aber der steht hier so scheiße. Na wenn der auf uns zielen würde, dann würde ich es nicht schaffen, um deine Tandor anzudrücken. Oder? Ist das ein Plan? Ja und ab! Sehr schön. Hat auch gesmoked, ich seh nix. Drei, ist jetzt das Lodge? Richtung der Räume, ich muss in Nörde von Oxan. Richtung Westen. Ok. Achtung, 6, wir haben gerade THW kassiert hier im Süden. Mh, wir müssen sowieso zurück, wir haben auch was kassiert. Einfantrieb bei Squad Leader. Hit ist mit der Tandem. Engine Damaged und getrackt. Kannst du den markieren, dann kann vielleicht unser LAV den finishen. Mach mit Bravo und Sakurato. Können wir den grünen Marker draufsetzen? Irgendwas hat mich gerade aus dem Leben genommen. Squadit, gib das vielleicht mal durch in unseren LAV. Sag mal, was denn? Dass der Bradley getrackt ist. Bradley getrackt am Marker. Einer muss gleich aussteigen, ich guck mal auf der Kille. Ich hatte zufällig immer einen Muni dabei. Bradley, J9. Äh, ja. Den könnte ich mal auffristen für den Granatwaffe. MBT vor uns, Achtung, Gernecker. Tempologe, Infanterie nördlich in nem Compound bei dir. Kannst du markieren, 3? Ja, hier ist überall Infanterie. Muffernmacker, Dreck vor euch. Wenn ich jetzt in den Compound rein wäre, noch mal selbst fort als die runterkrabbeln. Ja, da kommt der schönste Drill. Irgendwie die Ameisen. So Zucker, so. Alle hin. Eins, start mal mit dem Scout-Catamonia bitte, für unseren Anti-Tank. Ah, der brennt, der muss gleich auch raus. Geil schön. Ja. Jo, sag ich durch. Muss mich nur grad zurechtfinden, wo du grad zum Scoti-Drey machst. Das ist deswegen. Boom. Schön. Sehr schön. Striker kommt auf unsere Position. Hier runter. Hier meine Ammo? Glaube ich zumindest. Danke, D-Medic. Exerf für meine Ammo? Nope. Keine Ammo. Schade. Gucken, wo ich gleich bin. Muss das jetzt eigentlich hingehen? Striker. Das Ziel war, die Infanterie abzufangen. Lass uns mal hier sammeln. Gerne. Die Infanterie nahe Squadleet Nordosten. Am Marker Man, man, man Sag mal dem LAW von 3, dass der Stryker die hat Wir fliegen demnächst die an Südkirchen Wir haben nur noch knapp 5 Tickets 1 aufpassen, Stryker im Osten Ich würde sagen, wir greifen nicht mehr auf Oh, yo, check Gut, 1 weiß Bescheid über uns Zeug Oh, there is an enemy in front Oh Digga, überall sind Feind auf der Karte markiert Der rennt rein, oh, ist ein Feind Oh, no No shit Wir greifen nicht mehr an, wir halten das jetzt gleich einfach nur noch 50 Tickets Feind auf 016 Bewegt sich Richtung Westen Lauf doch nicht alle rein Beins auf nur 23 Oh scheiße, das Riker ist ja direkt hier Ja Mensch, das ist nicht so gut Mensch, ein Skinderruf Wecker down anscheinend Nee, ich glaube, der hat noch die Engine raus Aus dem Norden kommt einer auf meiner Leiche Hey, kannst du mich holen? Sag er mal Vorsicht, enemy close Ja Versucht mal nicht mehr aufzugeben, einfach noch zu halten Na, da hat gerade passiert Die Bands Achtung, MBT kommt südlich rein Kann sein, dass ein Squad uns so aufreibt da Meine Güte Wartet ein bisschen Ich hoffe, ich hatte alle erwischt Nice Ich glaube, es waren zwei Nee, drei Oh ja, das waren drei Ey Ich weiß, dass wir jetzt auch 16 wie aktuell bestes Squad MBT wird markiert Fünf Was magst du denn am liebsten an dem Spiel, Combo? Achtarmig ein Reinorgel mit Gerhard Achtarmige Dafür, dass wir so spät angefangen haben, Sachen zu machen Wo wir jetzt bestes Squad sind Gut ab 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 Also generell fand ich das einfach spannend, wie gesagt, der Grafik war nice. Alles doch. Hallo. Übernimmt jemand? Der will einer von euch, ich bin da gar nicht gut dran. Ein Namen schreiben, mehr kann ich nicht. Will ich jemanden rufen? Wenn nicht, dann lass es sein und geh mal wieder raus. Ich kann es auch machen. Ich weiß nicht, wo die Flaggen sind. Mach der Squad einfach zu. Ja, sonst gibt es. Der Squad-Lead, komm. Willst du machen? Ja. Kann es auch machen, komm. Kann es auch machen, mega. Ich habe mir Mühe gegeben, aber ich bin kein Squad-Leader, war nix. Ich habe vorhin einen Squad gemacht. Du bist ja klar, wir machen mit jetzt. Das ist ja gar nichts. Ne, ich sag nur, ich mache gerne mit, egal wer anführt. Hauptsache es gibt sich an der Mühe. Ich gebe mir Mühe. Du machst das schon. Wir werden immer auf. Ja, das kommt noch wann, das sehen wir noch. Das kannst du nicht voraussehen. Genau, da weiter nördlich steckst du nicht drin. Ah, es wird ein entspanntes Squad, Leute. Also, alle wollen wir feiern? Naja, gib mal. Kannst du mal was geben? Dankeschön. Ich hätte auch ganz gerne ein Feier-Team. Dann kann man das sich untereinander zuweisen, wenn man was montieren will. Oh, danke schön. Jo. às 24, 24, wir sind da los. was mit dem server los doch freitag vom deutschen so am schwächeln ich bin enttäuscht jetzt geht es los jetzt geht es los aber wir sind auch 15 personen das kommt wieder ich den knitt ich hoffe es kommt wieder ein anderer ich mach die map schwierig hier die scheiß und mark für die nicht oder nicht sieht und dann gehen immer alle raus. Naja, stimmt auch wieder. Das sind halt die einzigen deutschen Server, auf denen ich streamen kann. Dass ich Leute ein bisschen kenne. Bei den anderen, die wollen halt immer Delay haben. Ist ja auch in Ordnung, ne? Ist kein Problem. Nur kann ich da jetzt nicht wirklich... Nein, lass doch einfach YOLO machen. Gucken, vielleicht machen wir dann gleich noch mal dieses Profalle, wie es heißt. Pass mal gleich jemand an, der einen zweiten Kreuzfunk baust, damit der Kapo cappt. Genau deswegen macht mir halt die Karte Spaß, da muss man so richtig aufpassen, richtig taktisch. Man kann nicht einfach nur noch drauf laufen. Da muss ich noch zwei, da klappe ich hin. Hallo, schön. Ja. Okay. Ja, die haben nicht geantwortet. Ja, ich sehe es gerade noch der Karte aus, die quasi reinfahren in die Stadt, deswegen. Ich würde für jeden Infanteristen keine Hügel... Ja. Schwierig. Schwierig. Lass uns doch einfach in die Gegner reinfahren. Ach. Du wirst in uns nur sagen, es tut nur einmal weh. Ja. 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 Dubangebiet, ja. Guck mal hier. Urbanes Gebiet. Wunderbar. Wunderbar, ne? kauf nicht setzen sie in rallye er ist einfach einer hier vorne ist unglaublich ja hier ist ein einziger typ ausgestiegen aus dem logic frechheit ja gut der server ist tot ich glaube ich bin auch weg ich wünsche euch noch einen schönen ich glaube lasst du noch mal kurz in insurgents hier reingucken ja ich meine bevor ich jetzt im wiesenkampf umduxel aber wie gesagt trotzdem wer macht die map an sich ah spaß ich würde auch hellet loose mal mit euch spielen aber da ist ja nirgends lustig da wirst du sofort drunter geschmissen von den servern die nehmen das sehr ernst schwierig schwierig statt mal insurgency aber all setz in Abrac in ab in in wenn du in 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 ja gar nicht warum sollte man auch außer man ist jetzt irgendwie ja selbst in afghanistan doch da ist schon mal Wald aber man müsste es patchen schau mal rein ich habe von den letzten patch geladen schauen wir doch mal ja klar weil meisten Wäldern ist halt nicht viel ja so ist ja so ist so machen boah Ich hab die Fangen, die sind die 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 sind die 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 ja nein wie sich das generell verändert hat gut ich sag mal in manchen ländern kämpft natürlich noch mehr im wald aber hier bei uns ist geändert dass wir immer oben naja das spiel wo wir in die texturen immer erstmal reinladen müssen ok ruckelt das musste nur alles laden ist vielleicht ein bisschen laut was meinst du wenn ich jetzt mal bosnien und so angucke könnte ich mir vorstellen 30 min 40 gb ah ok was warum leckt denn das um ok ok sounds good oh die Mörser, ganz, wirklich, wirklich, ah ne, Schlütergranate, ist okay, ist vielleicht, ist vielleicht ein bisschen laut, ja okay, ich muss sagen, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein, nur wenn ich mir mal so angucke, wo wir sind, könnte ich mir halt vorstellen, dass wir da eher mal im Wald kämpfen, ne, oder im Waldgebiet, aber natürlich, generell, ist jetzt nirgends, wo mir wirklich so ist, dass man jetzt sagt, da ist irgendwas so wichtiges, dass man da unbedingt hin muss. Ich glaube, ich habe ihn mit einer Granate, oder? Oh ja, oh ja, die Granate, die war, war gut. Ah, ich sag mal, Polderkampf? Könnte ich mir vorstellen, ist halt irgendwie noch mieser, oder nicht? Ja, nur im Wald bist, da hast du halt nur Deckung, wenn du mal, was du jetzt gerade schreibst, was runterkommt, viel Glück. Ist halt total vorbei, was willst du denn machen dagegen? Das ist nicht wie im Videospiel, ja, natürlich nicht. Was ist das denn? Ich habe einen Granate, der hat in der Luft explodiert. Warnung, das ist ein Schwergericht betreten. Was sind das? Aber zurückgedrängt wurden, deswegen. Ja, genau das denke ich mir, weil sobald du aus der Deckung halt rausgehst und irgendjemand das schon abzielt, ist halt vorbei, ne? Ich meine, da wird ja kein Mensch jetzt zum Beispiel in diesem Spiel ja dumm offen so rumlaufen. Ja, können wir mal so ein bisschen rücheln gucken, wollen wir mal. Holy shit, alter, nein, bitte. Not me. Ins Gebäude. Hallo. Ich würde gerne etwas sehen, das wäre ja vollzüglich. Willst du mir jetzt erzählen, dass ich die nicht getroffen habe? Erstmal leckst du das Patchen achten. Ich weiß ja auch nicht jetzt, wie lange ich jetzt noch mache. Aber generell, wenn du es heute spielst, können wir sonst nochmal zusammenspielen. Probier nach, wie wir mit dem anderen. Wir wollen einfach mal wieder forwardspielen. Der Mensch ist richtig dringend. Der Mensch ist richtig dringend. Der Mensch ist richtig dringend. Er ist richtig dringend. Er ist wirklich dringend. in diesem spiel marx menschen will die immer irgendwo am arsch der welt hocken und nix machen immer wieder schön ich glaube für das erste insurgency immer noch besser weiß nicht wieso irgendwie hat das was das müssen wir verteidigen ich kümmer das jetzt bisschen objektiv spiel ich einfach nur drauflaufen in april fahre ich auch immer wieder einen geburtstag was passiert das überlebt warum habe ich denn das tutorial nur weil ich das mal ja 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 echt seit 2010 da was dabei alles krass haben kollegen er ist jetzt beim boarding oder marine war aber davor ich meine die ksk pipeline durch aber hat dann da irgendwann aufgehört was dem springen für ihn ja an dem moment nicht das war und der hat dann vorher auch mit leuten geredet die das gefecht durchgemacht haben einfach mal so ein bisschen erfahrungsberichte von denen mitzubekommen halt auch was die oder dann ihr da durchgemacht habt ist krass nur auf youtube so ein paar videos von erzählungen gehört ich habe das gefühl dass ich hier nicht besonders gut stehe danke mango nee nee wir bleiben hier oh man ey ich glaube der tanker ist gerade explodiert der makarov kommt mit er 5 Ich sag mal so, ich hab das irgendwie ja gesehen, aber ich dachte es wär nicht in Mg, sondern... Hat uns diese Heliga auseinander... Ich würde sagen, wir haben die Runde hart verloren. Ey Mg, was machst du gerade noch? Liegt schon im Bett? Ok. Eicher frei gemacht? Ok. Hast du denn mal geguckt, ob das... Hingebleiben überdeckt? Ja. Amango musst du aufpassen, ich sag es dir. Irgendwie gut dann. Aber hast du denn auch mal die Sachen, die ruckeln, mal geprüft, ob die auf der HDD liegen oder auf der SSD? So würde ich sie einfach mal rüberschieben auf die SSD und gucken, ob sie dann immer noch ruckeln. Sagt mich das... Das ist das einzige, was du nicht gemacht hast. Mg... Man sieht doch den Lauf deiner Waffe. Ah Mist, schade schade, GG. Im Steam-Server tickrate übereinstringen, habe ich noch nie gehört. Ne, Mango spielt kein Squad, aber andere Spiele. Meine neue Maus. Okay, ich kenne das Spiel. Okay, ich weiß... Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. Ich bin der Karte. ich hatte den csgo immer diese mikro ruttler aber es irgendwann bei mir die einzige lösung war da war mein pc so alt weil ich den pc gebraucht habe aber habe ich eine maske ich bin in dieser tonne ich weiß ich wurde von mg3 geholt explodiert aber du hast es auf die ssd geschoben mango und es ruckelt jetzt immer noch ja tu love wenn alle neben dir sind und du dich nicht mehr bewegen kannst dann gehen wir hier lang ja du musst ja du musst ja nicht nicht steam verschieben man muss ja die spiele verschieben wo steam ist ist ja eigentlich egal kannst ja auswählen wo wo die spiele sind und ob wir hier glück haben und um Firing Rockets. Got target. Chain Cannon. Hit. Do you fire from the ground? Wohin ist das? 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 Okay. Wir sind fertig. Fasen ist in der Haus. Schau da. Ja okay. Ja. Das würde ich einfach mal versuchen. Mango. Einfach von der HDD auf die SSD. ich glaube der mango weiß nicht so viel mit dem bios anzufangen ich habe noch eine halte und eine sse wir haben so nah dran ich glaube wir müssen anfangen ein bisschen praktischer zu spielen ok wir haben bravo dann war mein tod hoffentlich nicht umsonst wird man auch mal wieder was zu essen nur mango mit bios meinen dass es geschrieben hat ist jetzt nicht so das riesen ding aber generell was da lieber ein bisschen auf ich glaube da war mein arm so als ich ads habe dass ich den sehen konnte nämlich aber ist nur von ok und diesmal repariert ihr nicht ja so schön schön 2 aber nichts falsch machen ok dann darf man wo in ein paar tagen das am schlimmsten fall aber auch auch reparieren hallo granate ha 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 gibt es nicht so ein müll für die harten sachen hast du voll hier ok er kennt sich die guten alten granate pin ziehen und sich voll exposen in den tür rein werfen trick phoenix bios ja das hört sich schon so an wie phoenix rise from the ashes das heißt du musst das ding erstmal kaputt machen damit es dann nachher besser wird brennt erstmal erstmal die gute gasmaske aufziehen ok der typ hat auch keine reaktions brennt erstmal die brennt erstmal die fernst geblatt fernst 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 was ich habe doch extra geprüche okay 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 das ist nur das tpu und die probleme das könnte natürlich auch das problem war jetzt ran schmeißen dann granate rein eher weniger ich darf mich jetzt nicht so schlecht dastehen lassen noch denkt der mango dass ich weiß wovon ich rede ja das brauche ich bloß die granate nicht da wo ich sie haben wollte ich bin gestorben weil wir sie eingenommen haben was warum bin ich halt gestorben bitte fragen von wo aber dann würde ich ja zugeben dass ich nicht weiß wo der gegner ist deswegen frage ich das gar nicht ja zwei wellen die haben keine welle das ist die perfekte welle eins zu eins wie viele runden machen werden überhaupt wie spielt man denn in diesem modus da wisst ihr was macht noch eine runde danach machen wir glaube ich schluss weil ich jetzt langsam müde werde und mich die zweite hälfte meiner pizza gerade so anlächelt damit auch cool mappers machen Amgo, was machen wir denn Sonntag? Weißt du das schon? Ihr Produkter auf die drei Punkte bei jedem Stream? Jawohl. Was sind Sie, Angst? Angst? Warte. Das ist hier. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Wir sind hier? Die Marionette ist weg. Bleib unter uns! Vollen wir mit uns! Wir werden mit dem Team stehen! Fertig, stausch! Fertig, die Beleidung! so nichts passiert wo kommen die denn überhaupt im süden einmal auf die map gucken schon ist man tot auf sagen ich kenne die map noch nicht so muss er schauen okay doch gut dann würde ich wahrscheinlich rl machen wollen in dem fenster natürlich auch eine sache da kannst du die rammenriege mal in verschiedene schutz reinmachen vorsichtig weiß nicht ob wir das hier überleben warum bist du jetzt nicht über diese barrikade rüber gekommen was war das denn so so Also im nächsten Stream, der jetzt nicht gerade Sonntag ist, werden wir vielleicht mal das alte Insurgents Spiel. Ich glaube es wird mir mehr Spaß machen. Das ist irgendwie anders. Da passiert sowas nicht. Werden die echt immer langsamer? Nach wieviel Jahren, ne? Früher war ja immer die Ansage, dass man SSD zum Beispiel nicht unbedingt nutzen soll für Spiele, damit dann nicht so viel geschrieben und gelesen wird die ganze Zeit. Das ist ja glaube ich mittlerweile auch nicht mehr wahr, sage ich mal, dass das eigentlich mittlerweile egal ist. Bis endlich daran durchzuspuschen. Das ist der Assis-Spot. Okay. Super KD gehabt. Achja, mit der KD würde ich sagen, verabschiede ich mich in den Abend, in die Nacht. Nein, in die Nacht, morgens ist es. Gucken wir doch mal, wo ich euch hinbringe. Heißt Daten werden in Blöcken gespeichert, vielleicht etwa das wird dann im Block freigegeben zum Beispiel. Okay. Das ist für HDDs. Die Frage ist, wo drauf habt ihr Lust? Gibt es in Insurgents jemanden? Vielen Dank. Mögt ihr Counter-Strike? Wisst ihr was, sonst gehen wir zu Jericho. So lost. Aber wir gehen zu Jericho, wir gehen zu Kali-Verse. Kommt mit, kommt mit. Ich bin froh, wenn ich den PC anbekomme. Mango muss immer eine Aggregator für anschmeißen, mit der genug Strom hat. Ah, ok. Ja, Mango. Nur Sekunden. Stream Elements scheint da jetzt nicht so. Wenn man X-Daten überschreibt, dann bleiben auch X-Daten-Fetzen immer, ok. Bei HDDs ist das nicht wie bei SSD in Chains, sondern gerade da, wo man so der Lederkopf ist. Ja, genau. Weil es ja mechanisch ist, ne? Ok, verstehe. Den Hump-Stand-Das-Rad, ja. Ach, Mann. Gut. Vielen, vielen Dank für die Erklärung und auch danke dir für die Hilfe für Mango. Hoffentlich hilft ihm das weiter. Wir werden es wahrscheinlich Sonntag erfahren, spätestens. Wir gehen jetzt mal Kali-Verse rüber. Die spielt gerade New World, die spielt so auf Englisch. Die ist ganz cool. Danke, dass ihr da wart. Das war ein cooler Stream. Scott hat voll Spaß gemacht. Jetzt kam. Andere ein paar neue Leute kennengelernt. Ich hab Nachtdienst. Ach. Ach, dann kannst du ja noch ein bisschen... Ja, was raussuchen. Crazy, danke dir nochmal für den Sub. Ja, war eine schöne Runde. Danke dir, dass du noch in den Chat gekommen bist. Und Mango, wir sehen uns, hören uns spätestens übermorgen. In dem Sinne... Dann gehen wir doch mal lang rüber. Ja. Das ist gut. Gut, jetzt hat er wieder... Sonntag. Ah, okay. Dann kannst du ja trotzdem kommen. Okay. In dem Sinne, gute Nacht. Tschüss und vielen Dank. Auf Wiedersehen. Boah,Paloo. Boah. Okay. yo, So, Bye. Vielen Dank.